Hallo zusammen zu einer neuen Folge. Ich freue mich sehr, dass Claudia von moviejones.de wieder mal mein Gast ist. Wir haben es ja leider noch nicht geschafft, unsere Regelmäßigkeit reinzukriegen, aber das kriegen wir auch noch hin. Wir sind am Plan. Privat gibt es einiges, beruflich gibt es einiges, aber es ist immer noch dabei, dass wir das irgendwie in den Griff kriegen. Aber wir hatten letztens ein wenig geplaudert und festgestellt, es gibt doch ein Thema, über das man mal schön reden kann. Und das sind Guilty Pleasure Filme. Wir haben sie alle. Wir haben sie alle, genau. Deswegen erstmal herzlich willkommen, Claudia. Dankeschön, Denise, für die erneute Einladung und ich freue mich da zu sein. Ich freue mich auch, trocken bei dir angekommen zu sein, weil es ist, was für ein Scheißwetter momentan, 1. Juni. Absolut. Und nee, schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben und über dieses wundervolle Thema sprechen können. Ja, und man muss sagen, ihr Timing war wirklich perfekt. Also sie saß in einer Regio und war trocken, weil es draußen regnete. Als sie raus ist und zu mir regnete es gerade nicht, kaum war sie bei mir, schrittete es wieder. Also deswegen alles in trockenen Tüchern hier. Genau. So, also, wir quatschten und stellten fest, also ich glaube, das Thema bei uns bei dem Gespräch war, deswegen fange ich damit jetzt einfach an, ich glaube, es war Twilight, oder? Ich glaube, irgendwie ging es darum, deswegen fange ich jetzt mal mit meinem absoluten... Mach mal, mach mal. ...richtig schlimmen Guilty Pleasure Film Twilight 1 und 3 an. 2 ist nicht so meins, 4.1, 4.2 auch nicht so richtig, also wobei ich 4.1 dann etwas besser finde durch die Schwangerschaft und wie sich das alles entwickelt. Aber grundsätzlich ist es so, Twilight, ich, Gott, das darf man gar gar nicht mal sehen. Ich habe immer gegen Twilight gewettert, ja, hatte es aber nie gesehen. Irgendwann habe ich mir gesagt, naja, ich muss ja das gucken über das, ich läster. Und dann habe ich es gesehen und fand das leider gar nicht so scheiße, wie ich gehofft habe. Wobei ich die beiden Hauptdarsteller, also Robert Pattinson und Miss Stuart... Ah, ich dachte, du meinst den anderen Typen, den Werwolf. Nee, nee, also Bella und Edward, das Hauptpärchen, absolut furchtbar finde. Und auch wenn ich heutzutage von Robert Pattinson als Schauspieler echt ein Fan bin, finde ich ihn da immer noch furchtbar. Und auch sie, die ich jetzt als Spencer gesehen habe, positiv überrascht war. Ich mich aber immer noch schwer mit ihr tue, die beiden mag ich überhaupt nicht. Aber den Rest, ich mag die Cullen-Familie, ich mag ihren Papa, ich mag die Werwölfe, irgendwie ist das alles. Und wenn ich meinen mega kitschigen Sonntags-Romantik-Anfall habe, dann gebe ich Twilight. Ehrlich? Okay. Nee, kam ich tatsächlich nie so richtig ran. Ich habe es auch gesehen. Im Zuge der Herr der Ringe, Massenaufläufe in Filmen und was es alles gab zu dem Zeitpunkt im Kino auch, war natürlich die Endkampf-Szene in Twilight ein Witz. Ja. Aber, und ich kann mich erinnern, dass ich damals in der Kritik schrieb, bei einem der letzten beiden Teile, dass es zu wenig Text für zu viele Menschen gab. Weil die standen oft pärchenweise in irgendwelchen Szenen rum, guckten bedröppelt in die Gegend. Und das war so der Moment, wo ich dachte, ich habe es einmal gesehen, habe es auch nie gelesen. Ich verstehe es, es ist irgendwie süß gemacht, ja, aber ganz ehrlich, nee, für Guilty Pleasure, dass ich es immer und immer wieder gucke und deinen Schmelzen reicht es bei mir nicht. Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht welchen Teil wie oft, aber insgesamt habe ich die schon über 20 Mal gesehen. Also das würde ich als klassischen Guilty Pleasure nennen. Darfst du, darfst du. Weil, ich sage ja, das ist so, ich habe auch 1 bis 3 auf Blu-ray hier mit sogar einem Filmschnitzel drin. Ja, das ist halt, ich sage ja, ich finde es auch immer noch nicht wirklich gut. Also das ist, ich habe ja den ersten sogar gelesen und muss sagen, das Buch ist meilenbesser, obwohl ich das ja immer nicht mag, zu sagen, der Film ist gar nicht wie das Buch und alles viel schlechter und bla. Ja, wobei hier ist wirklich so, also allein wie Edward drauf ist, ist komplett anders, wo sie sich unterhalten ist, anders als im Film und da ist so vieles wirklich anders und das Buch ist besser, definitiv sehr viel besser. Aber trotzdem, ich sage ja, deswegen, das ist schon mein wirklich, ich glaube, mit schlimmstes Guilty Pleasure-Ding. Deswegen dachte ich, fange ich damit an, weil ich glaube, das auch schon mal erwähnt zu haben. In irgendeiner Folge. Und deswegen dachte ich, ich mache das jetzt gleich mal, da machen wir ein Häkchen drunter. Ja. Gibt ja noch andere Sachen. Aber was ist denn, was denkst du denn, ist dein persönlicher Guilty Pleasure-Highlight-Ding? Du meinst Guilty Pleasure, Guilty Pleasure. Genau. Ja, da gibt es natürlich einige. Ich würde jetzt mal abschweifen von der mentalen Vorbereitung tatsächlich, die ich betrieben habe, sondern wirklich was rausgreifen, wo ich jetzt drei Filme, wenn man so will, aus einem Genre zusammen nenne. Das sind tatsächlich so 80er-Komödien wie zum Beispiel die Entführung der verrückten Mrs. Stone, Overboard mit Kurt Russell und Goldie Hawn oder eben sowas wie, ja, auf der Jagd nach dem grünen Diamanten inklusive der Fortsetzung. Das sind alles eigentlich gut besetzte Hollywood-Filme, aber ganz ehrlich, die kann ich alleine oder mit meiner Familie immer mal wieder rausziehen und ich könnte mich beömmeln. Da sind Sprüche drin, alleine so ein kleiner Danny DeVito beim grünen Diamanten oder bei Overboard, ja, diese wirklich perfekt geformte Goldie Hawn, damals Mitte der 80er und auch so schon wieder Danny DeVito in die Entführung der verrückten Mrs. Stone mit dieser grandiosen, grandiosen, oh Gott, jetzt habe ich den Namen der Hauptdarstellerin vergessen. Hier, wie heißt er denn? Wie heißt er denn? Er hat auch gesungen hier mit Mick Jagger. Wie heißt er denn? Wie heißt er denn schnell? Gott, fällt mir gleich ein. Egal. Ist großartig, ist großartig und ich stehe einfach drauf, wenn ich einen schlechten Tag habe, irgendwie, sowas begleitet mich seit inzwischen über ja 30 Jahren, solche Geschichten, solche Filme. Ja, wobei die ja schon knapp fast zu gut sind, um ein Guilty Pleasure zu sein, wenn man so will. Aber ich glaube, die sind, also Overboard habe ich auch geliebt ohne Ende, wobei ich glaube, dass die natürlich zeitbedingt so ein bisschen sind. Also die heute, man sieht, dass sie nicht ganz so gut sind, wie man damals immer dachte. Also so, ne? Deswegen, aber die finde ich, sind nicht so richtig, richtig. Ne, ist nicht richtig. Ich habe schlimmere Sachen, aber ich wollte nicht gleich wie du voll in die Kiste reingreifen. Ne, aber es passt so. Erst mal unter die Schublade greifen, nicht mal die unterste, sondern drunter, ne? Genau, genau. Und ey, sag mal, es kann doch nicht sein, dass mir der Name nicht einfällt. Ich überlege gerade, ich habe gerade kein Bild. Barbara Streisand ist es nicht. Nein, 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 nein. Und es ist so einfach. Es liegt mir auf der Zunge und alle sitzen jetzt wahrscheinlich... Ja. Nein, aus deiner Zunge. Ja, ja, ja. Schlag auf den Hinterkopf. Bette Midler, meine Güte. Ja, komm, ist doch so ähnlich wie Barbara Streisand. Ja, genau, genau. Fängt mit B an, ja. Ja, die habe ich ja auch in den 80ern geliebt ohne Ende. Also ich liebe sie immer noch, aber die war damals, kann man alles so gern mit ihr geguckt, ich mochte ihre Art, die war so schön durchgeknallt. Ja, und eben halt nicht so ein typisches, ja, so ein Model, so einfach eine Frau und eine Schauspielerin. Richtig. Und Sängerin natürlich auch, aber wirklich. Ja, die war fantastisch. Aber das stimme ich dir zu, die sind nahezu zu gut, um wirklich als Guilty Pleasure herzuhalten. Aber da gibt es ja gleich noch andere. Aber ich grätsche trotzdem mal rüber wieder zu dir. Sag mal, was kann denn auf Platz zwei bei dir stehen? Naja, also da ich ihn gerade mal wieder geguckt habe, ist es Burlesque. Okay. Weil, okay, ganz ehrlich, nicht wirklich guter Film. Maßgeschneidert natürlich für Christina Aguilera, für Cher. Ja, aber ich muss sagen, es ist so, da kann ich so schön den Kopf bei ausschalten. Also ich liebe ihre Stimme, deswegen ist es halt easy. Schauspielerisch, ja gut, okay, ich meine, so viel muss sie da jetzt aus der Kiste nicht rausholen. Sie spielt ja sich mehr oder weniger selber. Und damals war es ja auch noch so gedrillt, wie die auf Choreografien war und ähnliches. Ob sie jetzt in einem Musikvideo tanzt oder auf einer Burlesque-Bühne, das macht ja für sie nicht wirklich einen Unterschied. Aber ich liebe die Szene, wenn sie das erste Mal live singt. Ich kriege jeder so eine Gänsehaut. Ich finde das einfach cool. Klar, die Love-Story ist mehr als 0815. Und ich liebe halt einfach Cher und Stanley Tucci zusammen. Die sind so süß zusammen. Und er, Tucci ist oder so, ich liebe diesen Mann. Also egal, was der macht. Und der kann einen Schwulen spielen, der kann einfach alles. Und er ist halt so, an dem hange ich mich immer lang in diesem Film. Weil ich den, immer wenn ich ihn sehe, bin ich glücklich. Aber der ist halt auch so, wenn ich über nichts, also einfach nicht denken will, dann ist der so haargenau das Richtige. Netflix ist ja auch so nett und hat den immer, weil ich besitze ihn nicht. Und kann dann halt immer mal flugs reingucken. Ich gucke dann natürlich auch tendenziell eher nicht den ganzen Film, sondern eher so ein bisschen szenentechnisch. Aber ich mag auch zum Beispiel diesen reichen Typen. Ich vergesse seinen Namen immer. Ich finde, dass er zum Beispiel im Gegensatz zu oft anderen Filmen nicht so ein Arschloch ist, sondern eigentlich ein ganz netter ist. Also ernsthaft ein ganz netter ist, aber halt natürlich eine Vorstellung von dem, was er bauen will, hat. Aber grundsätzlich gar nicht wirklich so dieses, weißt du, wie du sonst oft in Filmen hast, so Pretty Woman oder so. Du hast immer so diesen einen Mega-Arschloch. Und das ist er überhaupt nicht. Und das fand ich mal ganz angenehm, weil es eine angenehme Abwechslung war. Aber sonst ist Burlesque, ja, der Endsong, also ich sage ja, es macht einfach Spaß, aber es ist wirklich weit, weit weg von gut. Ich finde, der passt gut in die Twilight-Reihe, oder? Ja, ja, das stimmt. Jetzt möchte ich aber von dir auch mal so was nicht Gutes. Naja, nicht gut. Ich meine, für mich ist es gut. Aber ich grätsche mal rüber von Twilight. Ich bleib mal bei Wehrwölfen. Du kannst mich immer wieder kriegen mit so einem Film wie Das Tier. Ja, dein Blick sagt mir, du kennst ihn nicht von Joe Denty. Hier Gremlins. Genau. Und auch Anfang der 80er im Fahrwasser auch American Werewolf in London. Der erste American Werewolf habe ich geliebt. Genau. Also es gibt Menschen, die sagen, es gehört zu den besseren Werwolf-Filmen. Ja, aber Werwolf an sich ist ja Trash. Punkt aus Ende. Oft, ja. Und ich liebe diesen Film, weil der hat mich damals, ich habe ihn mit 14 das erste Mal gesehen, nachts vollkommen mit einer Szene abgeholt, wo wirklich eine Frau noch im Dunkeln schnell was in irgendeinem verschlossenen Büro sucht. Mein Bruder und ich gucken diesen Film und dann plötzlich greift so eine Werwolf-Pranke und die Werwölfe waren gut, die waren geil. Die sind auf zwei Beinen gelaufen, die waren unheimlich und die hatten Läfzen und die haben echt was mit einer Kehle gemacht. Die Szene hat mich geschockt, wie dieser Werwolf dann diese Frau frisst. Und ja, und der Film ist trashig, der hat aber diese großartige Dee Wallace, die kennt man aus E.T. oder Cujo, so eine wundervolle Schauspielerin. Die spielt da auch eine Hauptrolle drin und ich muss sagen, die Filme sind Trash hoch 10, aber die gucke ich bestimmt jedes Jahr einmal. Also jetzt gerade das Tier oder so, die Nachfolge kannst du vergessen, aber der muss ich sagen, der hat mich gepackt. Der ist irgendwie, auch durch seine leichten Filmanleihen und so weiter, der ist wirklich cool gemacht und er verbreitet Angst. Und ich muss sagen, ich bin ein so großer Werwolf-Fan. Für meine ganzen Freunde, du vielleicht auch, stehen eher so auf Vampire und so, aber mir haben es diese Viecher angetan. Und seit sonst wann, also muss ich ganz ehrlich sagen, und der Film, der, ganz ehrlich, der ist so eine Perle des Genres, kann man nicht wirklich als, ja, hallo, guten Film verorten und sagen, hey, ich stehe drauf. Für mich ist das persönlich auch so ein Guilty Pleasure, muss ich sagen. Ja, sagt mir gar nichts, finde ich ganz lustig, aber Werwölfe, Vampir, also ich mag beide, muss ich sagen, weil ich liebe zum Beispiel American Werewolf, den habe ich früher so gern geguckt. Und ich mochte immer dieses, was ich heutzutage immer noch mag, wenn du so eher Horror, es ist ja nicht richtig Horrorfilm, aber wenn du in dem Bereich bist und der Film ist zu Ende und dann kommt so Happy Music. Ja, genau. I love it. Das ist immer, ich finde das so geil, weil das halt diese Anspannung rausnimmt und immer das Augenzwinkern hast. Deswegen, ich mag beide, aber zum Beispiel ist für mich ein bisschen das Problem, dass ja nach den 80ern die Vampire leider sehr abgebaut haben, was das ist, was ich mag. Weil ich mag einen Vampir, der, Entschuldigung, ein Vampir ist, der tötet, der vögelt, der Spaß hat, aber dieses weich gewaschene Zeug ist, also für mich fing das ja schon an mit Interview mit einem Vampir. Ich gehöre zu den wenigen, die den damals schon ganz, ganz furchtbar fand, weil ich mir dachte, was ist denn das für eine weichgespülte Scheiße? Entschuldigung, mich hassen die Leute dafür, aber ich kam da raus und dachte mir so, jetzt ernsthaft? Den einzigen, den ich in dem Film richtig mochte, war Christian Slater. Ehrlich? Der ja nur das Interview macht und zweimal durchs Bild rennt, nicht mal rennt, sitzt. Der Rest, ich fand alle anstrengend. Ich meine, ich bin sogar so kein Tom Cruise Fan. Brad Pitt war mir zu schleimig in dem Film. Antonio Banderas fange ich jetzt erst an zu mögen und damals diese langhaarige Latino... Da geht es mir wirklich koppelig. Und wie hieß die Kleine? War es Claire Danes? Nein, Claire Danes war es nicht. Wie heißen denn alle? Ja, ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, die war ganz cool, aber irgendwann auch ein bisschen anstrengend im Film. Also es war mir dann irgendwann zu... Müsste Kristen Dunst sein, ne? Kann sein. Also eine von diesen Ladies. Ich gerade so einen Namen finde. Ja, ist sie. Auf jeden Fall, das war für mich so das erste Mal, wo ich mir dachte so, und das ist ja 90er. Oder, uh, das hat mit Vampiren so überhaupt gar nichts mehr zu tun. Natürlich gab es schon immer Vampire, die keinen Bock haben, Vampir zu sein. Diesen Zwiespalt und so kann ich alles verstehen, ist okay. Aber das war so... Also außer, dass die Kostüme und die Zeit geil waren, das fand ich schön. Ja. Hat der insgesamt für mich damals schon null funktioniert. Ich sage ja, ich habe Hastiraden gekriegt, weil ich den scheiße fand. Und ich fand den auch zu lang und zu... Also da stimmte vieles für mich nicht in diesem Film. Aber das war für mich der Umbruch, wo ich mir dachte, danach ging es mit den Vampiren grundsätzlich steil bergab. Ich würde gerne mal wieder einen guten... Also einen guten habe ich gesehen, Only Lovers Left Alive. Wobei die Vampire auch da ja nicht aus sind, jetzt wild rumzutöten und so. Und es ja auch in erster Linie um Musik geht. Aber trotzdem war das mal wieder ein Vampirfilm, wo ich gesagt habe, okay, den fand ich besser als das, was es in den letzten Jahren gab. Aber ich würde schon gern mal wieder so einen Lost Boys, also so einen dreckigen, harten Vampirfilm sehen, der jetzt nicht übermäßig Splatter oder sonst irgendwas ist, aber wo Vampire einfach das sind, was ich aus den 80ern noch kenne und liebe. Also das ist mir zu sehr... Deswegen bin ich heute dann eher auf dem Werwolf. Wenn sie da noch gut gebaut sind, ganz geil aussehen, passt das schon. Aber ich muss eine Lanze brechen für Interview mit einem Vampir. Wir haben damals auch in der Schule noch, ich glaube, wir waren noch unter 16, da haben einige auch gesagt, boah, ich gehe doch nicht in so einen Film, wo Tom Cruise ein Vampir spielt, ne? Kam dann aber raus aus dem... Und er war mit einer der Besten in dem Film. Und alleine, 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 dass ich, dass er da... Nee, nee, was ist gut? Alles gut? Alles gut. Alleine, dass er diese Szene, wo er da diesen Ärmel aus seinem Jackett zieht und dann so über Brad Pitt sagt, Louis, 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 das ist so geil, diese Szene, das ist wirklich... Ich bin ein großer Tom Cruise Fan, freue mich jetzt auch auf Top Gun, muss ich sagen, Maverick, aber nee, der Film funktioniert, aber ich weiß genau, was du meinst. Und ich hatte eine Weile gebraucht, um auch so, ja, ihn irgendwie ganz ehrlich zu akzeptieren. Ja, also ich kann auch jeden verstehen, der den toll findet, das ist ja, der ist ja auch nicht wirklich schlecht, er ist nur nicht meins. Also das ist so, aber das war halt damals schon so und ich, ja, ich sage ja, das war so ein bisschen das Problem für mich, dass wir da an den Punkt kamen, dass der Vampir sich so verändert hat, also so luschpuppenmäßig unterwegs war und ich mir dachte, ja, nee, ich will ja auch gar nicht, dass alle Vampirfilme jetzt immer nur die harte Schiene fahren, darum geht es mir gar nicht, deswegen, das ist schon okay, aber ich hätte gern mal wieder das andere. Das ist jetzt, also wir haben jetzt fast 30 Jahre oder 25 Jahre auf jeden Fall eher die weichen Jungs gehabt, wir könnten jetzt mal wieder was, also harte Vampir, also nicht mal Männer, auch Frauen, ist mir egal, aber die eher so auf Töten und Spaß haben aus sind, in welcher Form auch immer und das bitte in Stil voll, in ganz cool und, ne? Ich muss gerade an Underworld denken, weil du vorhin sagtest, ja genau, denke ich, ja genau, ich bin bei dir. Ich habe da immer nur geschafft reinzugucken und jedes Mal war mir das Bedürfnis wegzuschalten. Ja, ist auch gut, weil ich glaube mich zu erinnern, dass in diesem Film eine der schlimmsten Sex-Szenen war, die ich in meinem ganzen Leben auf großer Leinwand gesehen habe, die war so künstlich gestellt, das war, die Körper passten einfach nicht zusammen, das, was da suggeriert wurde. Daran erinnere ich mich, also das war fies, nee, bin ich kein Fan von. Aber das ist ja dann auch so richtig unsexy, also das ist ja… Ja, es war technisch, es war einfach nur Hochglanz, es war gestellt, es war nicht echt und ja, und genau in solche Filme gehört dieses Animalische rein, aber nein, das ist nicht gelungen, Freunde. Das ist ja sogar in Twilight heftiger zur Sache gegangen, weil ich meine, der hat das Bett zerlegt, das war schon nicht unnice. Aber das hat ja natürlich auch mit der Kraft zu tun, die sie dann im Endeffekt haben, aber trotzdem ist es so, wir könnten dann mal wieder… Naja, also, okay, das Tier, aber dann will ich mal versuchen, mir den anzugucken, damit ich zumindest mal ein bisschen 80er-Gib-Ihm weiß, wieso das dein Guilty Pleasure ist. Und wenn da einer, der trotzdem, sagst du, etwas Besseren der Gattung sind, dann würde mich das schon interessieren. Was habe ich denn noch so? Ich würde mal gern irgendwie in eine ganz andere Richtung gehen, damit wir mal ein bisschen… Was haben wir denn hier noch so? Ach, nehmen wir meine Lieblingsreihe. Die Expendables 1 bis 3 und ich freue mich, dass es einen vierten geben wird. Okay, also, wobei ich ja finde, auch da ist es ein bisschen schwierig, weil ja von vornherein klar war, dass das ein schlechter, also, dass das eine Hommage an schlechte 80er-Jahre-Action-Filme sind. Die ganzen alten Jungs spielen mit und deswegen ist da natürlich zu sagen, irgendwie, das ist ein Guilty Pleasure ein bisschen schwierig, weil man ja das kriegt, was man erwartet. Aber ich muss sagen, Rock'n'Roll, I love it. Also, ich meine, alle, die noch nicht bei mir zu Hause waren und es gibt vielleicht ein, zwei Hörer, die es noch nicht waren. Also, ich habe von Expendables 1 das Plakat gerammt an der Wand hängen. Ich habe von The Expendables 2 den Stoffbanner in 1,20 Meter Breite mit selbstgebauten Holzrahmen und Lichterkette über meinem Fernseher hängen. Ich habe die Gürtelschnalde von The Expendables. Ich habe alle drei als Dealbook Blu-Ray. Ich liebe The Expendables. Also, man kriegt halt genau das, was man erwartet und das aber trotzdem mit diesem unglaublichen Augenzwinkern, was so einen Spaß macht. Und du siehst, dass die Jungs einfach Rock'n'Roll gemacht haben. Also, auch einfach wirklich selber nur Spaß hatten und um nichts anderes geht es. Und ich finde ja, wenn man sowas merkt, kann ich oft Filmen mehr verzeihen. Wenn du merkst, dass die Leute wirklich Spaß dran hatten, als wenn alles zu ernst ist, dann bin ich kritischer dem Film gegenüber. Und hier ist es so, ich liebe es. Also, natürlich finde ich den dritten, ich mag die Einführung der Jungen, also der nächsten Generation, wenn man so will, mit Kellernlutz und so, mochte ich sehr. Aber der ist schon auch trotzdem der Schlechteste, das muss man halt einfach sagen. Also, wenn man jetzt, also da das Wort gut im Mund zu nehmen, ist ja schon auch schwierig. Aber trotzdem ist es so, ich gucke die auch immer wieder gerne. Also, erstens war es, glaube ich, mein erster, also der erste war mein erster bewusster Film auf Englisch, wo mir richtig klar wurde, dass Jason Statham ein Brite ist und kein Amerikaner. Weil ich finde, der sieht ja immer ein bisschen aus wie so ein Vorzeige-Amerikaner. Erstmal so, wenn man ihn nur optisch sieht. Meinen, ich Schubladendenken. Und in dem ist es ja auch so, da darf er ja auch very british sein. Und dann gibt es eine Szene, wie die auf dieser Insel sind. Und auch Eric Roberts wieder als Bösewicht, super. Und die haben einen LKW und Sly und er sind halt irgendwie wild am rumballern. Und Sly erschießt irgendjemand hinter ihm. Und Jason Statham haut sich auf den Kopf. Are you crazy? Und ich habe im Kino, ich habe mir echt fast angepullert vor Lachen, weil ich das so gemacht habe. Das war so nicht-amerikanisch, so wirklich nicht-amerikanisch. Und ich sage, da ist mir das erste Mal bewusst, so richtig bewusst geworden, dass Jason halt ein Brite ist. Und, ähm, aber genau das kriegt Sly so unglaublich gut hin. Genau das, also, wann kriegst du hundert Prozent das, was du erwartest? Also das muss man auch erstmal hinkriegen. Und das trotzdem noch so stilvoll, dass es halt nicht völlig kacke wird. Sondern man immer noch sagt, okay, ich kriege hier einen halbwegs guten Actionfilm geliefert. Wunderbar, aber die gucke ich halt immer wieder gern. Also gerade der erste und der zweite gucke ich lieb gern. Auch die Szene im ersten, wenn Micky Vogue und Sly sich über ihre Kriegsscheiße unterhalten. Und du da immer nur stehst und Micky Vogue mit Tränen in den Augen und mir denkst so, was erzählst du da eigentlich für einen Blödsinn? Wieso bist du so emotional? Das ist doch, nein. Und ich liebe das. Ihr könnt da, ich, ah, ich kenne... Ach komm, der Chuck Norris, also der da einfach sich selbst... Der einsame Wolf. Ja, aber der sich auch mit so einem Chuck Norris-Fact auf die Schippe nimmt. Absolut. Ey, sorry, das Kino hat gelegen. Das war genial. Das war absolut genial. Und ich bin immer noch dankbar, dass, äh, ach, wie heißt denn dieses Action-Zopfchen-tragende, ach, wie heißt der denn, dieser Buddhist, ähm... Der Buddhist, ich denke Jet Li, aber... Nee, kein Asiat. Der schwarze, längere Haare, dünne Haare, kleines Zöpfchen, Alarmstufe Rot. Ach so, ja, ja, ähm, ja, ich weiß schon, der Koch. Genau. Ja, 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 ja. Oh, wie heißt der denn? Also, auf meine Presse, was haben wir denn heute? Sind wir alt? Ja. Ja. Aber bei dem, ich war so dankbar, dass der nämlich nicht mitspielt, weil der gehört zu dem... Steven Seeger. Danke, Steven, den ich nämlich überhaupt nicht leiden kann. Ich finde ihn so unglaublich unsympathisch. Und ich mag den überhaupt nicht, der soll seine Filme machen, alles ist okay, ich meine, machen sie ja alle. Aber ich war so froh, weil der war wohl angefragt, aber er hat irgendwie Nein gesagt oder keine Ahnung und auf jeden Fall, ich dachte mir so, oh Gott sei Dank, weil das wäre ein Grund gewesen für mich, zu überlegen, ob ich's gucke oder nicht. Ich hab mich mega gefreut, als Jean-Claude Van Damme dabei war, weil ich mir dachte so, ich möchte einfach nur sehen wie Sly und Jean-Claude Van Damme sie auf die Fresse hauen. Yeah! Ja, dafür, also... Allein dafür bin ich ins Kino gegangen. Ähm, und ähm, auch Liam Hemsworth und so, das ist dann so, es war einfach schön. Also, das war super ick. Also, gerade die ersten beiden kann ich immer wieder gucken, finde ich super. Ist das, das ist wirklich für mich noch mehr als Boles zum Beispiel, richtige Tiefenentspannung. Das ist, da lehne ich mich zurück und dann geht's mir richtig gut. Ja, genau. Nee, aber ich kann direkt mal im Genre bleiben, weil, ähm, es ist auch wieder in Deutschland eigentlich kein Guilty Pleasure, denke ich mal, aber Freunde zum Beispiel aus anderen Ländern von mir kennen das nicht. Ich bin ein großer Fan von eben Filmen von Terence Hill und Bud Spencer. Ui! Natürlich, und das ist kein Guilty Pleasure, aber es ist doch Guilty Pleasure, muss ich ehrlich sagen. Ich denke jetzt mal in so einem Film beispielsweise, ich meine, ich liebe Terence Hill allein, ich liebe ihn in der Supercop, das ist ein Film Anfang der 80er, ich kann einfach, der ist so, ich kann einfach jedes Mal durch die Musik und so wieder sagen, ach Claudia, das Leben geht weiter. Aber wenn ich jetzt an beide denke, dann denke ich jetzt an sowas wie das Krokodil und sein Nilpferd und ach Gott. Wie sie alle heißen, ähm, ich meine, was gibt's, sie hauen sich durch die Pampa, sie retten ein paar afrikanische Tiere, äh, vor Wilde ran, ich meine, mehr Message, mehr positive Einstellung und so geht doch nicht und alles garniert mit, natürlich wird wieder gegessen und, ähm, es gibt lustige Sounds und tsch, weißt du, einfach, ich finde, was mein Leben würde tatsächlich ohne diese Filme, ähm, deutlich ärmer sein. Nee, wie schön, ich kann's heute nicht mehr so, ich hab's als Kind und bis vor einer Weile wirklich sehr geliebt, heute tue ich mich ein bisschen schwerer damit, aber ich glaube auch, weil's einfach dann andere Dinge dann irgendwann mal gab, die das so für mich ein bisschen übernommen haben, aber früher, ich hab das total geliebt, aber zum Beispiel meine Lieblingsfilme witzigerweise sind zum Beispiel auch eher Einzelfilme, einmal Terence Hill Renegade, ähm, mit seinem Sohn, der ja kurz danach gestorben ist, ähm, also Stiefsohn, das war ja nicht sein, ne, äh, oder Adoptivsohn, auf jeden Fall, ähm, der ist ja ernst und den fand ich immer sehr schön, den mochte ich, weil ich auch fand, dass es Terence Hill gut stand und der auch etwas ernster ist, wenn man so will, ähm, hier das mit dem außerirdischen Jungen. Ja, ja, genau, ja, ja, aber der, genau, das war Sfenster, genau, ja. Und das, das waren immer so meine Lieblinge, also ich mochte sie in etwas ernster, dann faszinierend, ja. Also fand, mochte ich's lieber, äh, zu damaligen Zeiten, ich glaube, ich würde auch heute diese beiden Filme eher gucken als, äh, die Klassiker, wenn die zum Beispiel irgendwie, ich bin am Seppen und im Fernsehen laufen, bleib ich auch immer mal kurz hängen, weil es ist schon auch irgendwie, aber einen ganzen Film ertrage ich nicht mehr, also das ist mir zu anstrengend. Nicht jeden, ja, ich kann auch nicht jeden, aber es gibt so welche, äh, da muss ich sagen, irgendwie, ja, die holen mich dann immer noch mal ab, weil es ist meistens der genau passende Film für den Moment, wo ich dann, wie du sagst, man bleibt hängen, ne, man setzt sich jetzt nicht hin und sagt, jetzt guck ich dann doch mal wieder irgendwie. Genau, also ich würde mir jetzt auch nicht diese gesammelte Box zu Hause hinstellen, weil ich würde den Film nicht rausholen und nochmal einlegen. Also, so, ähm, aber trotzdem, das verstehe ich und man muss ja auch sagen, ähm, Terence Hill, Bud Spencer Filme, die ersten, waren ja noch ernst und diese komödiantische Ader kam ja nur durch Synchron, also durch den deutschen Synchron, ähm, wurden die ja witzig und das haben sie dann beibehalten und haben das dann in die Filme weitergeführt und deswegen wurde es dann noch etwas witziger als vorher. Ja, ähm, aber ich muss sagen, die, die machen schon eine gute Zeit. Also, das ist schon auf jeden Fall, das funktioniert, da sind die fantastisch für. Und das ist es ja eigentlich auch, irgendwie, das ist doch das Geheimnis auch von, ja, Guilty Pleasures irgendwie, du guckst dir ja nicht, ach, jetzt muss ich mal wieder weinen. Dafür gucke ich Gladiator. Ernsthaft. Ja. Oder Hooligans. Oh, okay, ja. Ich, ich, bei mir, ich kann, also weinen geht immer gut bei, bei, äh, Freundschaft und so ein Kram, wenn es darum geht. Und, äh, also es gibt halt so drei Hardcore-Trigger-Szenen für mich. Ja, sag mal. Das ist natürlich bei, ähm, Gladiator nicht, wenn er stirbt, das finde ich okay, damit kann ich gut umgehen, sondern wenn der POC, ähm, ach, ich hab seinen Namen vergessen, äh, Houston, Juh, wie heißt er, D-D-D-Dim, der hat auch so viele Buchstaben im Vornamen, die ich überhaupt nicht zusammenkriege. Ich weiß, wen du meinst, aber ich will ihn auch nicht aussprechen, äh, da mach ich einen Fehler. Genau, ähm, wenn er die, diese Puppenfamilie vergräbt und sagt, wir sehen uns später. Ja. Also wir sehen uns, aber wir sehen uns später, siehst du, ich kriege eine Gänsehaut, nur weil ich sage. Ja. Äh, und die Musik dazu ist bei mir alle Scheunentore offen. Ich hab mir grad den Soundtrack gekauft, äh, von dem, wegen dem Song. Äh, bei Hooligans oder im Original Green Screen, äh, Green Street, weil ich den Titel besser finde, ist, ähm, wenn, ähm, Charlie Hunnam stirbt und dem Major im Krankenhaus das gesagt wird, also seinem Bruder, ist bei mir alles vorbei, weil das ist so, ähm, diese, er ist mit Schuld, weil und überhaupt, was da alles passiert und so, fantastisch. Ähm, und wenn, ähm, Elijah Wood zum Schluss zu seinem Ex, ähm, ähm, mit Zimmerkollegen geht und ihm ein paar auf die Fresse hauen fühlt und er so zusammenzuckt, dass er vor ihm steht und gar nicht mehr zuhauen möchte, weil er sich denkt, das ist doch kein Gegner und ich das toll finde und er dann im Original natürlich die Straße lang geht und den Song singt, ähm, da kriege ich, also sie sieht es, ich kriege wirklich nur vom Gehen. Und diese beiden Sachen zusammen machen immer, also einerseits ist es die Trauer und dann diese Erleichterung und dieses Verständnis für das Ganze, ähm, und dann ist es, das ist ganz schlimm, die Gefährten. Ja, okay, oh ja. Samwise Gamsi ertrinkt fast für seinen besten Freund, das ist vorbei, da geht nix mehr. Da kann ich, also fast auf Knopfdruck fein. Ich war so verliebt. Er ist so, der, ohne ihn, in Samwise. Das ist mein Gärtner, nee, den kriegst du, das ist mein Gärtner. Und es, Frodo ist doch eine Nulpe ohne ihn. Ja. Es läuft doch nix ohne Sam. Ja, ich wär so gern seine Rosi. Ja. Ja, und wie er das sagt, wie er da zum Schluss im Teil 3 sitzt mit, mit Frodo, dann, weißt du noch, die ganze Lava fließt vorbei und so, wenn ich eine geheiratet hätte, sie wär's gewesen. Oh Gott, ich krieg schon, oh, es ist so schön, diese Szene. Oh, ja. Ja, nee, und das sind so, also es gibt noch ein paar andere, aber ich bin ja so da so, ich mag es ja, in Filmen zu heulen, aber das sind so drei, wenn ich, also man hat, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal hat man das ja, alles ist okay und so, aber du merkst, dass du trotzdem nur diesen chemischen Prozess brauchst, des Weinens, also dass du einfach Druck ablassen musst, obwohl alles okay ist, dann sind das halt meistens so drei Szenen, die kann ich einlegen und Gladiator funktioniert sogar wirklich am besten, weil die Musikkombination ist wirklich die Hölle, dann kann ich halt einfach kurz mal losheulen und dann ist gut und finde ich schön, ich brauche das manchmal, ich finde das angenehm, aber wir wollen ja nicht über unsere Heulfilme reden, sondern wir wollen über Guilty Pleasure Filme reden. Aber, ja, aber auch da, Terrence, mir fehlt ein bisschen noch bei dir so richtig Guilty, Guilty, Guilty Pleasure Filme. Nee, da. So richtig Trash. So richtig Trash, so richtig Trash, wie gesagt, ich meine, ich stehe auf Tierhorror, aber da, im Grunde, das hatten wir so ein bisschen abgedeckt. Okay, aber das ist auch ein Genre, was einfach nicht gut, also. Du, wenn du, ne, ich meine, ich glaube, das haben sie, weil ich es mal auf Facebook angedeutet habe, mal reingenommen bei Schlefatz. Ja. Also ich meine, hey, von wegen, das ist ja nun schon, also Killerschnecken, Slugs, ja, Nacktschnecken, die eine Kleinstadt terrorisieren. Also, sorry, ich finde, das gilt schon und ich glaube, das haben sie damals reingenommen, weil ich mir vielleicht einen Kommentar aufgegeben habe oder so, weil anders kann man diesen Film nicht kennen. Ich meine, ich... Doch, doch, also ich finde, der ging gut rum, also ich habe ihn nicht gesehen, aber das Plakat und so, das ist mir sofort vor Augen, das ist, das geht schon. Ja, gut, also ich meine, ich liebe ja auch Sharknado, aber Entschuldigung, da weiß ich, worauf ich mich... Also, das, aber der, obwohl der erste, ich immer noch eigentlich ganz gut finde für dieses Trash-Genre und ich ja immer noch fantastisch finde, Tara Reid, die ist auch so eine, wow, die hat es ja auch gar nicht hingekriegt in ihrem Leben, oder? Nee, 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 nee. Zu viel operiert, zu viel, die ist... Ja, oder letztens, was habe ich vor zwei Tagen meinen Bruder geguckt? Wir haben Scary Movie 2 geguckt. Boah, die mag ich ja gar nicht. Ja, und da war nochmal Tori Spelling drin, Tori Spelling ist da auch so, ne, so Beruf Tochter und hatte natürlich alles und so und warum diese OPs und was... Wobei ich ja sagen muss, dass ihr, wie viel hat sie jetzt, sieben Kinder oder so, das Kinderkriegen tat ihr, glaube ich, extrem gut. Und auch dieses, sie ist dadurch ein bisschen bodenständiger geworden, sie hat sich ja von vielem zurückgezogen, hat dann nur mal so einen Gastauftritt oder so, aber ist dann in erster Linie Familie und das tat ihr, glaube ich, extrem gut, aus diesem Ganzen rauszukommen und da ihre Erfüllung drin zu finden. Aber klar, es ist halt total witzig in sowas wie Sharknade und die ganzen alten Pappenheim mal wieder auszuholen und das auch so konsequent durchzuziehen, finde ich super. Also es gibt so ein paar Sachen, wenn sie halt richtig trashy sind oder was mochte ich noch, äh, Grabber, den fand ich fantastisch, aber der ist auch schon, da ist wieder der Vorteil, der ist so very british, ne, ähm, die haben ja noch ein anderes Augenzwinkern, ähm, gibt's ja ein paar, deswegen sagte ich ja, Horrorfilme sind nicht so meins, in Komödien schon eher, da kann ich mit umgehen oder wenn's halt irgendwie so mega trashig ist, ähm, aber sonst ist es, aber das ist immer noch nicht, nee, das ist so, ich find ja auch immer, Guilty Pleasure-Filme sind ja eigentlich immer so die, die entweder, also die meisten nicht so gut finden, aber schon auch, Blockbuster ist vielleicht das falsche Wort, aber schon eine Masse angesprochen haben, als sie rauskamen, so, ne, also ich glaub, äh, Glitter, wenn man den gut findet, dann ist, das ist so ein, ich hab nicht gesehen, ich will nie sehen, aber wenn man den gut findet, das ist so ein klassischer Guilty Pleasure. Okay, ich guck mal, was ich hier noch auf meinem Listchen habe. Aber es gibt so, äh, okay, ich guck mal. Du hast doch gesagt, es gibt einen, wo du meinst, den könnte ich auch haben. Ja, es wär Dirty Dancing. Ja, aber das ist für mich nicht Guilty Pleasure. Aber der ist nicht gut, der Film. Doch, der ist gut. Nein, ist er nicht. Nein. Doch, wir müssen nicht drüber reden, dass sie, dass sie unter was auch mal achten und nee und andere. Aber der Film ist nicht gut. Nein, aber er ist, nein, er ist einfach, nee, das, nee, mit nicht gut, das kann ich nicht akzeptieren. Ich versuche es objektiv, ich versuche es gerade zu verstehen, aber nee. Ich weiß, aber trotzdem, ich kann ihn immer noch relativ gesund einschätzen, der Film ist nicht richtig gut. Der ist auch nicht schlecht, aber der ist so, der ist so lauwarm, weißt du, der ist, der wabert so und das ist das Problem an diesem Film, aber der macht Spaß. Ich habe den dreimal im Kino gesehen damals, als er rauskam. Ich war in Patrick Swayze, waren wir alle, toller Tänzer, ich fand toll, dass sie so normal war und Nase, das hat ihr ja auch nichts gebracht, die operieren zu lassen, aber trotzdem ist so, ich mochte da vieles dran. Gar keine Frage. Und das Beste an dem Film ist die Musik, das muss man halt ganz einfach sagen. Aber objektiv gesehen, es ist kein richtig guter Film. Aber Dirty Dancing lassen wir jetzt mal raus, weil… Ist zu gut. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Ich habe so schöne Sachen. Okay, wir nehmen mal einen, den ich beim zweiten Mal tatsächlich etwas besser fand, als beim ersten Mal. Also ich habe den schon mehrmals jetzt gesehen, ist Akte Jane. Okay, ja. Als ich den das erste Mal gesehen habe, also ich habe ihn mir irgendwann angeguckt, weil ich wollte wissen, das Thema, sie, Kopf rasiert und macht halt auf Kerl, ob das funktioniert, also dass es nicht funktioniert, war mir klar. Ich bin kein Demi Moore Fan, aber ich wollte es mal gucken. Als ich den damals das allererste Mal gesehen habe, kannte ich Viggo Mortensen auch noch nicht wirklich, außer aus, nicht Perfekter Mord, wie hieß denn der? Ich kenne tatsächlich nicht viele Filme mit ihm. Es gab mal einen Film mit ihm, mit Gwyneth Paltrow, glaube ich, egal, da spielt er den Geliebten von ihr, mit seinen eigenen gemalten Bildern, weil er spielt einen Künstler. Egal, auf jeden Fall war mir Viggo aber noch nicht bewusst, das kann natürlich, klar, er ist durch Herr der Ringe. Und er spielt ja den Ausbilder von Jane und dieser Film ist grundsätzlich grottenvoll. Furchtbar, weil das Prinzip, sich in eine Männerriege einzureihen, in dem ich bin wie ein Mann, ist natürlich völlig falsche Aussage. Ganz schlimm, sie, furchtbar, also klar, was sie da körperlich leistet, Heidenrespekt, gar keine Frage, sich den Kopf zu rasieren, naja gut, da bin ich der falsche Ansprechpartner dafür, weil, für die, die es nicht wissen, ich selber trage seit, ich habe vor 30 Jahren damit angefangen, eine Glatze oder beziehungsweise sehr, sehr kurze Haare müssen. Oh, vielen Dank. Aber deswegen war das für mich auch, als Sigourney Viva das damals gemacht hat, vier Millionen dafür gekriegt hat, dass ich ihm so, ich mache das freiwillig. Aber gut, nee, das ist ja auch okay. Aber ich kann es verstehen, wenn du natürlich in Hollywood als Frau sind, Haare halt schon auch irgendwie leider immer noch ein extrem wichtiges Attribut. Es muss ja gar nicht lang sein, aber es müssen schon irgendwie Haare sein. So, egal. Auf jeden Fall, ich habe den das erste Mal gesehen, ich fand den ganz furchtbar. Und wen ich richtig in dem Film hassen konnte, ist Viggo Mortensen, weil der spielt auch wirklich das Vorzeige-Arschloch. Mir ist aber beim ersten Mal gar nicht so sehr aufgefallen, wieso er so ist und diesen Twist, den es zum Schluss gibt, dass er sich selber in eine Situation bringt, mit der er niemals gerechnet hätte, dass er selber so weit geht. Und deswegen muss ich sagen, ist zumindest alles, was Viggo Mortensen macht und wie er das macht und wie er die Männer darstellt, ist unglaublich fantastisch. Und es ist aber erst durchs Mehrmalsgucken mir immer bewusster geworden, dass er natürlich den Vorzeige-Arschlochmann spielt und der bei der Armee ist und wie sie da, also du wirst da ja auch irgendwie Hirn gewaschen. Und die Geschichte ist ja, dass er ihr Ausbilder ist, er will sie raushaben und überhaupt, dann gehen sie in einen gefakten Einsatz und es kommt dazu, dass er sie fast vergewaltigt. Das ist eine ganz, ganz üble Szene. Also auch insgesamt geht's da ordentlich und da sind auch seine, also alle Kollegen und so, also die dabei sind, doch echt schockiert, weil man natürlich schon an einen Punkt kommt, was schwierig ist. Aber man darf auch nicht vergessen, bist du wirklich im Krieg? Also wir wissen ja, wie viel schlimme Dinge, ich sag immer, der Krieg ist gar nicht oft das Allerschlimmste, was in Kriegszeiten passiert, sondern viele Dinge, die drumherum passieren, sind fast noch schlimmer. Vergewaltigungen, Quillereien hast du nicht gesehen, Sadismus und was es alles gibt. Und dass er selber so weit geht, wie er eigentlich nicht ist und auch danach feststellt, er muss ein paar Dinge für sich überdenken und ja eigentlich ihr größter Befürworter ist. Ja. Und das fand ich immer irgendwie faszinierend. Ich sag, es ist trotzdem ein furchtbarer Film. An allen Ecken und Kanten, Demi Moore geht einfach überhaupt nicht. Aber er, also das, was er da macht, das sehe ich immer wieder gern, weil ich das so gut gespielt finde und so erschreckend finde und ich diese Entwicklung mag und diesen Twist halt, den es zum Schluss gibt. Deswegen ist der, wenn der läuft, bleibe ich immer wieder hängen. Also das ist, ich auch keinen Film, den ich bewusst anmache, aber wenn er läuft, komme ich meistens nicht wieder von weg, weil der mich sofort feststellt in seiner Art und Weise. Aber ich glaube, das ist auch wirklich so ein richtiger Guilty Pleasure, weil das ist, ich sage, außer Vigo gibt es nichts, was an diesem Film wirklich gut ist. Ich habe ihn einmal gesehen, es ist ewig her und ja, ich erinnere mich an Demi Moore und naja. Aber wenn er irgendwann nochmal läuft, guck nochmal, guck dir mal unter den Aspekt, guck dir Vigo an. Ja. Das ist wirklich beeindruckend. Also das ist, ich sage ja, ich habe auch ein zweites Mal gebraucht, um das zu verstehen und seitdem, ich liebe es, dem dabei zuzugucken, dieser weiße Mann zu sein. Ja. Und ich weiß, dass Vigo halt genau das nicht ist und deswegen hat er mit Sicherheit diese Rolle auch angenommen, weil er gesagt hat, ich will das spielen, weil ich genau das nicht bin und er ja eine gute Entwicklung durchmacht, weißt du. Aber das ist toll. Also wenn dir der über den Weg läuft, guck nochmal und guck ihn unter den Aspekt. Der Film bleibt genauso furchtbar, aber Vigo Mortensen findet man noch ein bisschen besser danach. Was ja auch faszinierend ist, dass es deinen einen gibt, der irgendwie ein bisschen was reißt, ne. Aber dieser Film ist so schlecht. Unglaublich schlecht. Du schämst dich auch richtig. Ja, ist ein bisschen nachschwipptisch. Der geht auch nicht, aber den mag ich auch nicht, deswegen, das ist gut so. Weil das ist ja so unsexy, was die da macht, dieses Kampfgerät mit diesen Plastikbrüsten. Alter, nee, Entschuldigung, ich finde das so unsexy. Ich muss gerade an Jamie Lee Curtis denken, in True Lies. Okay, das ist aber so süß. Und nicht nur süß, ist die Frau heiß? Ja, absolut. Die ist auch immer noch, ich finde, das ist so eine schöne Frau. Das ist, die liebt sich selber, die ist so entspannt. Ich finde die so unglaublich attraktiv. Also immer noch, die ist, ich finde die unglaublich sexy. Mit ihrer ganzen Art, mit ihrem Augen, also mit ihrem, selbst ein bisschen Augenzwinkern, mit ihren grauen Haaren. Und ich, ihrer Kurzhaarfrisur, ich liebe diese Frau. Ich habe ja gerade Everything, Everywhere, All at Once. Ich kann mir endlich den Filmtitel merken, der ja wirklich nicht einfach ist. Mit ihrem Fettsuit und der Allerfolge, ich habe das so gefeiert. Aber sie ist eine wunderschöne Frau und das war sie immer. Und sie aber auch schon immer diese, diese herbere Weiblichkeit hatte. Und, aber da nie ein Hehl draus gemacht hat. Das heißt, sie hat sich nicht irgendwo hintrainiert oder sonst irgendwas, sondern sie ist so und sie ist immer noch so. Und es steht ihr so unglaublich gut. Und das ist so, ich finde die toll. Mit jeder Falte, die sie hat, ist sie super. Ja, das stimmt. Das ist wirklich eine coole Sau. True Lies ist schon auch ganz lustig. Aber die Szene ist schon echt cool. Also, hallo. Hallöchen, ja, ja, ja. Ehrlich. Auch Arnie ist gar nicht so schlecht, wie er sich zusammenreißen muss. Das ist schon cool. Nee, ja, komm. Aber jetzt kommen wir wirklich mal zum Guilty Pleasure und du wirst lachen. Wir bleiben mal so ein bisschen in dieser Richtung. Hat nichts mit Komödien zu tun, aber ich kann tatsächlich hin und wieder, ich habe mir die irgendwann mal runtergeladen, gekauft. Ähm, ich kann mir so eine Filme wie Emanuel und so gut angucken. Heiei. Ich stehe da drauf. Ich muss sagen, mich hat Sat.1 versaut. Vielleicht erinnerst du dich an die Zeiten um 1990 rum. Da riefen diese ganz schlimmen Lederhosenfilme und so nachts. Ich habe die auch immer geguckt. Ich habe die auch total gefeiert. Alle Schulmädchen-Reports und alles und so, die kannst du dir heute echt nicht mehr angucken. Also Schulmädchen-Report, da gibt es Sachen drinne. Und ich bin echt nicht, wie man so schön sagt, woke. In dem Sinne von, wir müssen alles total verkrampft sehen. Aber da gibt es Sachen drin. No. No go. Geht nicht mehr. Nee. Aber so eine Frau wie Sylvia Christel, die da einfach mal, weiß ich nicht, so in Richtung Südostasien fährt und dann ihre Abenteuer hat und dann ist das auch noch so irgendwie so schön und ich habe jedes Mal Lust, dahin zu verreißen. Aber das sind doch auch die Filme mit diesem Soft-Porno-Schleier drauf. Ja, ein bisschen geht es in die Richtung. Das sind weich gemalt. Und irgendwie hat das, da liefen ja tausend Sachen damals. Ich weiß nicht. Ich habe es damals gefühlt auch alle gesehen, aber ich, also gerade in die Lederhosenabteilung, das ging für mich nicht, weil es zu deutsch war. Das war fies. Das war ganz furchtbar. Ja. Es gab ein paar Sachen, die ich auch okay fand. Immanuel, ich habe davon auch welche gesehen, aber es war irgendwie nie so richtig. Frag mich jetzt nicht nach der Handlung, aber ich habe sie, ich gucke sie alle Jahre mal irgendwie, weil man so, so weißt du. Genau. Soft Sex. Soft Sex. Ja, aber, nee, aber tatsächlich, ich fand. Aber die Immanuel-Filme haben aber auch echt eine riesen Fangemeinde, oder? Und auch immer noch. Also, das ist, und war ja auch schön anzusehen. Also, man kann ja jetzt nicht sagen, dass man da jetzt irgendwie, das war schon, ne? Genau. Aber, nee, da war, nee, bin ich nicht bei. Kann ich nicht so, also, hat mich nicht interessiert. Also, zu den Zeiten habe ich dann eher sowas geguckt wie Scarface und habe mir in Cooler Keks gefreut, dass nachts im Fernsehen die ungeschnittene Fassung lief. So, das war dann mehr meins. Gut, ich habe auch nachts der Weiße Hai geguckt oder sowas, aber also, einfach, um mal wegzukommen davon, ja, nee, aber tatsächlich wollte ich, kann ich sagen, dass mich diese Zeit doch irgendwie, naja, geprägt hat, ist zu viel, aber ich muss sagen, ich habe viel gelernt. Das ist ja auch nicht schlecht, das Ding ist, man darf ja auch nicht vergessen, also, Guilty Pleasure natürlich ist das, was man als Kind, Jugendlicher und wenn man wie wir in dem Alter auch schon anfängt, mit diesem Film, Serienthema zu tun zu haben, gibt es natürlich immer diesen Schleier der Zeit damals, also wie Dirty Dancing zum Beispiel. Wobei ich sagen muss, ich habe angefangen, Miami weiß die Serie, stückweise wieder zu gucken, die ist gut, also, ich verstehe immer nicht, dass sie so verpönt wird, weil die ist echt nicht schlecht und für die damalige Zeit, man darf nicht vergessen, es gibt so gut wie keinen Hollywoodstar, der damals im Kommen war, der da nicht mitgespielt hat. Und Sunny und Crockett, ich habe Sunny, ich war, also, ne, Don Johnson war meine erste große Schauspielerliebe und sie ist es immer noch so ein bisschen, ich kann es nicht ablegen, aber Crockett mochte ich zum Beispiel nie, also, das ist, an dem bin ich nie rangekommen, aber ich habe die Serie damals, da war ich so sieben, acht Jahre, durfte ich die Dienstag nachts um 22.15 Uhr, durfte ich die gucken und dann musste ich Mittwoch in der Schule erzählen, wie es war, wenn ich dann pünktlich kam. Aber ich habe es geliebt, so, und ich, ne, und da ist halt auch die Frage, ist es ein Guilty Pleasure oder nicht, weil richtig schlecht ist die Serie nicht, finde ich, wie immer so ein bisschen getan wird, weil ich sage, ich habe sie heute, ich habe die Folge mit Liam Neeson, die ist fantastisch und irgendjemand, ein Kumpel von Liam Neeson trägt ein Metallica-Shirt, das ist so cool, wenn man das heutzutage sieht. Ähm, aber das ist natürlich, nimmt man davon immer so Sachen mit, also auch die, die Batman-66er-Jahre-Serie. Ja. Das ist. Du, aber dann gilt die Pleasure-Serie, da muss ich auch reingrätschen, tut mir leid, ich stehe auf diesen Look, ich stehe einfach auf den Denver-Clan. Komm hier nicht mit Dallas, komm hier nicht mit Dallas, ja, aber Denver-Clan. Ja, Alexis, Carrington-Colby und wie sie weiterhin, ganz ehrlich, die Frau als Tante, die ist, die hätte ich gerne als Tante, die ist so schweinecool, die ist so tough, die steht zu ihrem Mann, ne, oder ihre Frau und die ist einfach nur. Und das Wandel, ne, auch ein bisschen böse, ne. Ja, und. Oder eigentlich passt zu ihr, glaube ich, eher hinterfotzig, wenn man es mal beim. Ja, ja. Also sie spielt ja schon jeden aus, wie sie es gerade braucht. Ja, aber auch die gute Seite, Crystal und so und Blake sind auch nicht so ganz ohne, die wollen auch nur ihre Freunde wahren. Ne, ich weiß schon was, sie möchte halt gerne gegenüber ihrem Ex-Mann ihr Gesicht wahren und da spielt viel Emotionen mit rein. Ne, aber ich finde, es ist so kitschig, es ist so, es trieft vor, ja, vor Bling-Bling und es ist. Und Alkohol und Zigaretten. Aber absolut. Also beide Serien. Ja, genau. Das war ja noch so 80. Storys auch so fies teilweise und auch bei Alexis, wenn man sich das mal in einem Stück anguckt, ja, dann kriegt man ja mit, wenn so, dann zaubert die irgendwie hier eine Bekanntschaft raus zum Beispiel und sagt, ja, damals in Acapulco, da hatte ich was mit dem und dem. Ich hab's mal versucht, so viel Leben kann die nicht haben, die muss mehr Leben als eine Katze haben, damit die mit den Kerlen im Bett gewesen sein kann. Also, es geht nicht, aber es ist einfach, es ist so eine andere Welt, es ist geil. Aber das ist, das ist, glaube ich, also egal ob Dallas oder Denver, das ist wurscht, das ist schon auch, glaube ich, wirklich, das kann man als Guilty Pleasure nennen, weil das ist, natürlich ist es Kult, aber im Endeffekt richtig gut waren beide nicht. Also, das war schon ein bisschen Trash-TV, für damalige Zeit, man muss ja auch vergessen, also man darf ja nicht vergessen, dass das Angebot damals ja noch viel weniger war und da gab's ja noch nicht so viel, aber wenn du dir guckst, Airwolf, A Knight Rider und wie sie alle heißen, MacGyver, das war alles okay, aber es war trotzdem alles nicht richtig gut. Also, Storytelling war nicht wirklich gut, weil jede Folge war immer das gleiche, nur an einem anderen Ort und solche Sachen, das war… Aber sag mal, apropos Serien, ich hab häufig den Eindruck, sagen wir mal, ob es Knight Rider ist oder ob es V, die außerirdischen Besucher ist oder MacGyver, großartig, all diese Sachen, Trio mit vier Fäusten, egal was, A-Team, ich hab's Gefühl, die wussten genau, die machen das eigentlich für eine jüngere Generation. Das ist ja nicht für Erwachsene, für Erwachsene vielleicht eine Agentin mit Herz, diese ganzen Geschichten, die es damals rauf und runter gab, aber hallo, was hab ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Erwachsener geguckt hat, was hab ich Bo Duke von ein Duke kommt selten allein geliebt, der Blonde. Ich stehe sonst immer auf die Außenseite, wirklich, ich bin immer, denke ich an BMX-Bande, ich weiß nicht, kennst du BMX-Bande mit einer sehr jungen Nicole Kidman? Ich stehe auf den Außenseiter, der versucht, sie im Grab zu küssen, weißt du, aber Bo Duke, meine Güte, war ich verliebt, ist neben Terence, glaube ich, mein erster Crush. Aber diese Serien, die waren doch eher, die waren doch eher für Kinder gemacht, oder? Nee, also ich glaube, dass man nicht vergessen darf, wir Generationen, die die 80er schon mitgekriegt haben, wir sind noch eine Generation, die früher älter wurden, also nicht erwachsen unbedingt, aber als heutzutage zum Beispiel. Das heißt, du bist ja heutzutage, wenn du jetzt, sagen wir, die 2000er geboren bist, bist du ja viel länger jung und unbedarft, als wir damals früher noch. Deswegen glaube ich nicht unbedingt, dass man sagen kann, dass das jetzt eine Serie für Kinder war, es war schon, also meine Mutter hat das genauso rauf und runter geguckt, mein Vater hat sowas nie geguckt, der war aber noch nie ein Serienmensch, deswegen ist der da raus. Aber in meinem Umfeld hat das, also von mir als Kind, auch alle Erwachsenen drumherum, das haben alle geguckt, also das ist, aber natürlich ist es der, ich sage ja, der Storytelling, also der Anspruch war, weil es ja auch gar nicht so viel Konkurrenz gab, war der Anspruch noch gar nicht so hoch, sondern es war ja eher schnell produziert. Und wenn du dir heute Serien anguckst, wenn du die Masse an Serien nimmst, gibt es noch genauso viel Schund wie damals, die in Masse produziert wird und nur die Ausnahmen sind wirklich gute Serien. Und auch jetzt erst in den letzten Jahren mit Streamingdiensten und ähnliches, die da wirklich Geld reinstecken oder HBO, die da Geld reinstecken, BBC, die da Geld reinstecken, gibt es auch richtig gute Serien, die eine Qualität eines Filmes haben, also eines Kinofilmes. Das gibt es noch nicht so lange in so guter Qualität. Also Serien waren schon immer, also auch wenn, wenn ich sowas wie Castle heutzutage, ich liebe es, aber es ist immer noch, es ist besser als die Serien früher, weil es eine kontinuierliche Story hat, aber es ist auch immer noch immer, jede Folge gibt es irgendeinen Fall und es ist auch immer alles irgendwie das Gleiche. Das bleibt ähnlich, aber es ist insgesamt trotzdem etwas qualitativ hochwertiger geworden, weil die Schauspieler etwas besser sind, weil das Setting etwas besser ist. Also so, damit kannst du immer noch Sachen rausholen, aber wenn du dir die Massen an Serien anguckst, ist es immer noch ähnliche Qualität wie damals. Und es spricht immer noch irgendwie alle so ein bisschen an, also mal mehr, mal weniger, glaube ich. Ja, aber ich denke schon, dass sich viel positiv im Storytelling verändert hat, aber selbst sowas wie 24 mit Kiefer Sutherland, was ich auch vor vielen Jahren geliebt habe, was ich immer noch liebe, aber du merkst, es ist nicht mehr so ganz up to date. Es ist tatsächlich so ein bisschen auch von der Erzählweise und was da passiert und ist ein bisschen überholt von der heutigen, von den Möglichkeiten oder auch von der Akkuratheit. Klar, also das ist natürlich, es gibt Serien, also gerade wenn es so ein Phänomen ist wie 24 und die machen was Neues, ist das wie bei Filmen manchmal einfach Zeit gegeben. Also das heißt, das funktioniert da. Ich habe zum Beispiel gemerkt, ich habe ja jetzt im ersten Lockdown Game of Thrones geguckt und ich muss gestehen, ich fand die erste Staffel wirklich nicht gut, weil die technisch unter aller Sau ist. Das ist das Ganze noch eher so, naja, kann man machen, muss man aber nicht und ich ja aber wusste, dass natürlich da noch ein bisschen Qualität reinkommt. Aber ich weiß nicht, wenn ich damals die erste Staffel, also gut, ich muss sagen, bei mir ist es natürlich das Problem, ich habe The Witcher zuerst gesehen und The Witcher hat mich sofort gekriegt und The Witcher ist definitiv nicht besser als Game of Thrones, also so grundsätzlich. Deswegen weiß ich nicht, ob mich die Serie damals nicht auch einfach genauso gekriegt hätte, aber jetzt, wo ich The Witcher zuerst gesehen habe und dann Game of Thrones, muss ich sagen, finde ich persönlich The Witcher besser. Und wobei ich verstehen kann, Game of Thrones ist eine fantastische Serie und das ist, was da erzählt wird, wie es erzählt wird, was für eine Welt da geschaffen wird, das ist unglaublich beeindruckend für eine Serie. Also das muss man sich mal überlegen, was du da reinstecken musst, allein bei einem Film von zwei Stunden und dann machst du davon mal sieben Staffeln, acht Staffeln, ich weiß es nicht mehr genau. Das ist schon beeindruckend und natürlich das passiert, was meistens passiert, dass es irgendwann nicht mehr funktioniert, besonders wenn der Autor der Bücher nicht hinterherkommt und sie halt keine Vorlage mehr haben, dann passiert es halt gerne mal, dass es nicht mehr so richtig funktioniert. Ich muss aber sagen, dadurch, dass ich das durchgeguckt habe, war das Ende für mich eigentlich eine logische Konsequenz. Ich glaube, das ist ein bisschen das Problem, die Leute, die gewartet haben, haben was anderes erwartet oder erhofft oder wie auch immer. Aber ich habe das in zwei Wochen durchgeguckt und ich habe da zwischendurch auch noch gearbeitet, aber ich habe es relativ konsequent durchgeguckt. Und dann ist das Ende eigentlich eine logische Konsequenz und ich fand das Ende nicht so schlimm wie Leute, die gewartet haben, also einige. Ich kann aber auch verstehen, dass das nicht so ganz das ist, was man… Es fällt halt tatsächlich gegenüber dem, was entwickelt wurde, auch durch den George R. R. Martin, einfach ab. Also man merkt, dass da nur die Drehbuchautorinnen der Serie, wenn man so will, noch groß die Hand im Spiel hatten, die mussten es beenden. Es fehlt, es ist einfach an Intensität, an Dramatik und so weiter, da ist so viel so reduziert in der letzten Staffel gezeigt worden. Ja, es gibt so viele schöne Ansätze und dann stehst du da und es ist wie so, das war es jetzt. Es ist echt unbefriedigend und das ist es einfach, was so vielen so aufgestoßen ist. Also mir persönlich ging es auf jeden Fall so schade, schade, weil es hätte im Ganzen einfach noch runder sein können und dann wäre es echt in die Annalen eingegangen. So tatsächlich hat es immer diesen Beigeschmack, naja. Aber wie man das ja gerne bei Serien hat, dass letzte Staffeln oft ein Problem werden, weil sie nicht früh genug aufhören. Aber gut, trotzdem, großartige Serie. Aber wir wollen ja gar nicht über Serien quatschen, wir wollen ja über Guilty Pleasure sprechen. Genau. Bin ich dran? Ich weiß gar nicht. Gucken wir mal. Komm, pack du mal einen aus, wir müssen ja nicht in Brava rein. Ich muss mal kurz sagen, für Leute, ihr hört das ja nur und könnt das nicht sehen. Ich finde das sehr süß. Ich habe hier einen kleinen DIN-A5-Zettel, wo einfach ein paar Filme draufstehen. Ohne alles, ja. Nur Guilty Pleasure-Filme. Claudia, mein zauberhaftes Gegenüber, hat mehrere DIN-A4-Seiten gedruckt. Ja. Wer hat sich denn beim letzten Mal so richtig heftig vorbereitet mit Daten und Land und Länge des Films? Und hier ist es richtig schön Recherche und ich finde es gerade sehr süß. Ich finde halt immer, wenn, also zumindest wenn man gerade neue Filme bespricht oder man jetzt so ein, zwei Filme hat, die man mehr auseinandernehmen will, dann finde ich immer schon schön, wenn die Leute ein paar Eckdaten kriegen. Hier ist es ja ein offenes Thema, wo ich jetzt nicht sagen muss, wann ist der gestartet, sondern wir reden einfach ein bisschen entspannt. Aber es ist so süß, wie sie dann immer schön auf ihre kleinen Zettelchen guckt und welchen Nehmann. Du tust jetzt gerade so, als ob ich hier ablese. Nee, aber es ist halt, sie guckt die Zettel auch brav durch und welchen Nehmann. Genau, welchen Nehmann, weil es muss irgendwie passen. Und das ist total, ich freue mich, ich finde das sehr schön. Und ich komme jetzt mit was auch wieder, ich bin ja echt so ein Mensch, der gerne alles, klar, Gitty Pleasure muss ein bisschen, muss ja ein bisschen wie ein guter Eintopf. Das muss so ein bisschen ziehen. Genau, das ist meistens beim zweiten, dritten Mal besser. Und deswegen gehe ich auch natürlich sehr weit häufig in die Vergangenheit mit meinen Vorschlägen zurück. Und jetzt werden einige vielleicht sagen, hä, was ist das denn? Andere werden sagen, oh Gott, oh Gott. Also ich bin, vielleicht kennst du es, ein großer Fan der Carry-on-Reihe aus England, die in den 60er, 70er Jahren gedreht worden sind und dann später immer mal wieder liefen. Das sind so Sachen wie, lief man auch unter den Titeln, ist ja irre und dann kommt irgendwas. Und das sind totale Klamauk-Filme. Ach, hier mit diesem Flugzeugabsturz? Nee, das ist Airport. Das ist was anderes. Nee. Was meinst du? Nee, es gibt ja noch hier der verrückte Irgendwas-Flug, 723, keine Ahnung. Ja, nee, nee, das ist was anderes. Das sind die danach, oder? Nee, das hat was, das kommt dann wieder aus Amerika, das ist was anderes. Okay, alles klar. Nee, Carry-on ist, muss man wissen, kommt wie gesagt aus England und sind ziemlich frivole, klamaukige, bekloppte Filme, oft mit einer Stammbesetzung. Und die Namen werden dir jetzt nicht sagen, die muss ich jetzt tatsächlich nochmal ablesen. Also das sind dann so Leute wie Sidney James, Kenneth Williams, die kennst du nicht, die wirst du vielleicht aber mal irgendwo gesehen haben. Ich glaube sogar, ein Plattencover von den Smith hat irgendwie einen dieser Schauspieler da drauf, so einen langen Hageren. Aber ganz kurz, ist das ein bisschen wie The Flying Circus? Du kannst nicht Monty Python mit Carry-on. Nein, nein, nicht filmtechnisch, aber dass es so eine Gruppe ist, die so ein bisschen fest zusammen ist, die wahrscheinlich auch ein bisschen was auf der Bühne machen, nicht nur ... Nee, also ich weiß, ich kenne die Genese nicht, muss ich dazu sagen. Ich weiß auch, dass es ganz viele Filme gibt, die irgendwie schwarz-weiß und dann gibt es ein Kernteam, da gibt es immer welche, die dazukamen, wieder wegkamen und wieder dazukamen. Aber die sind einfach, diese Filme, die sind so, wie soll ich es erklären, die sind so richtig doof. Weißt du, ich glaube, der eine Film heißt Der verrückte Straßenräuber und ich meine, da verliert ein Mädchen auch mal, geht mal die Bluse auf und dann sind da so ein bisschen so ... Aber es ist kein Fäkal-Humor, auf keinen Fall, aber es ist halt so manchmal auch so ein bisschen, was die Briten halt unter ... Weißt du, da sind so alte Typen drin, die so lüstern sind teilweise. Ganz ehrlich, nach dieser Story hier heute, in unserem Podcast heute, denkt man sich, Emanuel, Carry-on, Claudia. Nee, aber ich glaube, wer diese Filme kennt, weiß, was ich meine. Die sind wirklich ein Mix aus, das ist richtig blöder Humor, hat auch nichts mit schwarzem Humor à la Monty Python zu tun. Dann so ein bisschen hier die kleine Blondine oder das sind so Rollen auch. Die dicke Matrone oder die etwas zurückhaltende, fast frigide Ehefrau und so. Und dann der Mann, der immer die jungen Dinge anguckt. Und das alles, ich meine, das kannst du heute nicht mehr bringen. Aber gut, wenn das aus den 60ern ist, sind es halt die Rollenbilder, die es damals gab. Genau, und dann haben sie irgendwelche Erlebnisse auf dem Campingplatz und alle so ein bisschen, aber sie sind locker leicht. Sie sind echt, sie sind wirklich, ich kann dir nicht sagen, wann die das letzte Mal im Kino, äh Quatsch, im Kino, im Fernsehen liefen. Man kriegt sie natürlich auf DVD und so. Mir sagt das gar nichts. Aber ich glaube, einfach mal googeln, dir sagt bestimmt irgendwie ein Poster, ein Bild, ein Gesicht was, die Nasen, die Leute musst du irgendwo mal gesehen haben. Also wenn du aus dieser Zeit kommst, aus der ich auch komme, dann definitiv musst du die bestimmt mal kennen. Aber wie gesagt, dann ändern wir hier mal, weil bringt dir ja nichts, wenn du es nicht kennst. Ja, nee, das ist ja, trotzdem, es geht ja auch darum, den Leuten ein bisschen was zu erzählen. Es gibt bestimmt Leute, Zuhörer, die sagen, ey, ja, kenne ich. Und vielleicht liebe ich und weiß auch gar nicht, wieso. Nee, darum geht es ja ein bisschen, also klar gibt es immer wieder, also ich habe festgestellt, dass ja meine Filme, ähm, gar nicht, also außer jetzt die Batman-Serie, die wir schon kurz hatten, gar nichts altes, also richtig altes bei ist. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich wirklich meine Filme durchgegangen bin. Also ich bin, ich habe eine App, in der ich alle meine Blu-Rays, DVDs, wie auch immer, gesammelt drin habe und die bin ich einfach so durchgegangen und habe dann mal entschieden, was ich meine, was ein Guilty Pleasure ist und was nicht. Ähm, ich stelle fest, dass gerade Reihen gerne bei mir Guilty Pleasure Sachen sind, ähm, weil ich muss sagen, ah, wie nehmen wir denn? Ah, nehmen wir erstmal die, ähm, ich muss sagen, und die sind wirklich nicht gut, aber wie wir ja wissen, Spieleverfilmungen sind, ähm, leider selten gut. Ja, ja. Äh, ich liebe Laura Croft, Tom Raider mit, ähm, ähm, äh, wie heißt sie, äh, Angelina Jolie natürlich, also nicht die neun, ähm, wobei ich sagen muss, dass ich die, den neun rein sie und die Art und die Optik schon besser fand, gar keine Frage, aber, also, Storytelling und so ist halt einfach genauso scheiße wie immer. Nee, aber Laura Croft damals, witzigerweise finde ich, ich mag beide, ähm, und ich mochte damals beide Männer, die dort jeweils mitspielen, überhaupt nicht. Äh, das eine ist Daniel Craig, den ich heutzutage anfange zu mögen, aber mich immer noch schwer tue, Jared Butler fand ich damals ganz schlimm, den ich heute sehr liebe. Ähm, aber ich mochte halt, also ich fand halt, dass Angelina Jolie so die Bewegung und die Art und so schon irgendwie ganz cool hingekriegt hat, äh, für, man darf nicht vergessen, ist ja auch noch 90er und so, ne, ähm, ich fand das okay. Und ich fand auch so die, also die, also das Reisen und bla und überhaupt und, und was so passiert, ich fand das, also ich sage ja, es ist kein Meisterwerk und es ist auch nicht wirklich gut, aber ich finde, es ist nette Unterhaltung. Das ist so, das ist recht leichte Kost, das ist, äh, die Action ist okay, weißt du so. Ja, genau. Ähm, aber, also ich glaube, wenn man bei IMDb wahrscheinlich guckt, steht da irgendwas mit. Ach Gott, IMDb. Ich schätze sowas im Fünferbereich, Fünfkomma, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, aber meistens wird der ja schon als eher schlecht bezeichnet und, äh, nee, ich mag das schon gerne, also ich finde so, also weil ich sage ja, ich finde, ich finde wirklich schade, dass Spieleverfilmungen fast alle so unglaublich schlecht sind. Kann man ehrlich sagen. Und ich mich immer wieder frage, da gibt es doch Potenzial, also, um jetzt mal, ich, es gibt eine Spieleverfilmung, die ist auch nicht gut, aber die habe ich gut gefeiert, ist Rampage. Ja, genau. Weil ich finde, der ist so drüber und so groß in allem, wobei ich immer noch nicht verstehe, wieso der ab zwölf ist, ich meine, da fliegen Körperteile durch die Gegend, aber ey, okay. Ähm, aber der fand ich, weil das Spiel kann ja auch nichts, also du hast ja, bei Lara Croft oder solche Sachen hast du ja schon auch irgendwie eine Geschichte, eine Grundgeschichte, die trotzdem ein bisschen erzählt wird. Weil Rampage passiert nichts, außer, dass es halt Riesenfiecher gibt, so. Ähm, und dafür fand ich den Film dann und auch mit diesem Riesenaffen, ich fand das irgendwie witzig. Ja, war's. Und war auch ein bisschen berührend, das war nett, das, da konnte man jetzt, also muss ich sagen, finde ich den einen der besseren, oh Gott, wenn man Spieleverfilmung, aber ich glaube, dass man halt auch aus, aus, ähm, Assassin's Creed. Oh, der war fies. Also ich fand... Da hab ich mir viel versprochen, aber der war übel. Naja, und das Witzige ist, ich hab eine Freundin, die ist Hardcore-Spielerin und die hat Assassin, also die liebt Assassin's Creed, die hat auch, ähm, The Witcher alle durchgespielt, alle Witcher gelesen, die Serie gesehen, Hallöchen. Mhm. Auf jeden Fall die, ähm, meinte so, die Sachen, die aus dem Spiel sind, sind sogar echt okay, aber das Dazwischen ist so unterirdisch schlecht. Und ich, ich hab, also ich hab den Trailer gesehen und dachte mir so, oh geil, hab ich Bock drauf. Ich hab ihn nicht im Kino gesehen, ich hab ihn dann irgendwann gesehen und dachte mir so, nach drei Minuten, musstet, was wollen die mir jetzt eigentlich? Und bis es dann irgendwann mal dahin kommt, wo es dann so ein bisschen nett ist, ist ja auch der halbe Film rum. Mhm. Äh, nein, aber, also auch Hitman, also es gibt Spiele und ich glaube, dass man aus einigen trotzdem mehr machen könnte, als sie tun und ich verstehe immer nicht, wieso nicht, wieso versucht keiner es wirklich mal halbwegs gut hinzukriegen. Ähm, das ist natürlich sowas wie, äh, Warcraft, nee, wie heißt das? War... Äh, ja, Warcraft. Warcraft, ja. Ja, Warcraft, genau. Ja, aber der Film heißt, glaub ich, nur Warcraft. Genau, ähm, optisch, hm, geht. Aber auch da, also macht doch, also euch ist doch klar, ihr seid kein Spiel. Ein Spiel muss, hat eine Grundstory, aber wenn, während du spielst, bist du im Spielereignis, das ist dir egal, wie die Story ist. Wenn du einen Film guckst, funktioniert das nicht. Da brauchst du ein bisschen Geschichte, weil das ist ein anderes Medium und das wird anders erzählt. Und da verstehe ich nicht, dass sie es nicht hinkriegen. Es ist ja, also ich sag ja, sie müssen ja nicht eine Geschichte neu erfinden, sondern sie müssen nur eine Geschichte erzählen. Also ein bisschen mehr als das, was sie tun. Dann wäre das ja schon nicht besser, aber sie kriegen es nur hin. Aber Tom Raider, I love Tom Raiders. Macht einfach Spaß. Und ich mag die, also heutzutage mag ich die beiden Kerle sogar in den Filmen total gerne. Ja, tatsächlich, die Sachen werden, wirklich, die werden ja mit den Jahren dann doch mal besser. Ich will nicht sagen, dass man da verklärt ist oder so. Aber ja, ja, wenn ich so zurückgucke, auch Filme, die ich in den 90ern gehasst habe, oder Musik. Ich meine, ich out mich mal, ich denke mal an Grunge. Heute kann ich es dann doch mal hören. Ging gar nicht für mich. Nee, ging nicht. Nee, aber ja, klar. Also das ist so, ja, hm. Aber ich sag ja, der ist so, ich, also ich, immer wenn ich so sage, ja Tom Raider, scheiße. Und ich will immer denken so, nee, komm, so kacke ist er noch wieder nicht. Aber das ist, das ist ja, was ich so unglaublich liebe in dem subjektiven Wahrnehmen von Dingen. Ist ja scheißegal, ob du Musik, Kunst, Filme, Leben, Wurst. Das ist doch das Schöne, dass man so unterschiedlicher Meinung sein kann. Dass man, ich liebe Pacific Rim und ich glaube, das ist auch eher so ein Guilty Pleasure. Ja. Den fanden die meisten oder der größere Teil fand den kacke. Ich habe genau das gekriegt, was ich wollte. Ich habe es geliebt. Ich liebe es immer noch. Den ersten, ich kann den ständig gucken. Den zweiten möchte ich allen gern um die Ohren hauen. und ganz böse Dinge mit denen, die das gemacht haben, machen. Aber da sieht man halt, Toro ist nicht mehr dabei und das tut dem Film einfach überhaupt nicht gut. Aber der erste, ich weiß, das ist auch, also auch die Asiatin und er und diese ganze Schicht ist so furchtbar. Ja. Aber I love it. Und es ist so patriotisch und es ist so schlimm. Aber du sagst schon zum zweiten Mal, was ich sehr wahr finde, wenn etwas, wie zum Beispiel ein Film, etwas genau das macht, was er soll, dann funktioniert das. Und dann kann man dem zum Beispiel auch, ja, ob man jetzt sagt, den guckt man regelmäßig, das ist ein Guilty Pleasure oder man gibt ihm 10 von 10, ist dann auch egal. Ich muss dran denken, ich muss an Battleship denken. Der Film ist auch genau dasselbe. Der ist einfach mal nicht wirklich gut. Ja. Und so, aber er macht genau das oder auch, ja, ganz andere Richtung, Piranha, Piranha 3D. Der macht genau das, was er soll. Ich habe mal eine Frage, ich habe den nie gesehen. Welchen? Piranha 3D. Die Piranhas, greifen sie Dinge an, die sich bewegen? Äh, ja. Dann ist es falsch. Ja, aber, ja. Ich weiß, das ist bei so Filmen völlig egal. Aber ich fand das so lustig. Der ist von Eli Roth, was erwartest du? Ja, und also. Mein Freund. Nein, aber das Ding ist, weil bei Anaconda war es nämlich damals auch so, der Film ist ja auch eigentlich ganz lustig, aber trash, also der ist mega trash, aber auch ganz lustig. J-Lo und L.I. Cool J und wer da alles dabei ist. Ähm, und da ist es zum Beispiel, Anacondas essen nur Dinge, wo sie den Speiseplan von kennen. Das heißt, sie würden niemals Menschen essen, weil sie Menschen nicht dabei beobachten, was sie essen. Das heißt, Tiere, also klar, Tiere, die sie beobachtet haben, essen sie dann. Oder Fische, wie auch immer. Aber Anacondas essen nichts, wo sie nicht den Speiseplan kennen. Und Piranhas greifen nichts an, was sich bewegt, weil sie eigentlich kleine Schisser sind. Haben wir das nicht im Aquarium beide gelernt? Nee, ich kannte das schon vorher, aber ja. Aber da ist es nämlich, fand ich halt sehr lustig, dass die halt nichts, deswegen ist, wenn ein Tier sich bewegt oder ein Huhn, machen sie nicht wirklich was. Sobald es sich nicht mehr bewegt, greifen sie an. Und am liebsten, wenn es natürlich schon verletzt ist und blutet, wie Haie und ähnliches, ja auch immer eher auf verletzte Dinge gehen. Aber das fand ich nur ganz lustig, weil das ist eher, aber klar, ist das in so einem Film völlig egal, weil da geht es ja nur um. Genau. Aber werden die schön so das Fleisch weggefressen und dann bleibt noch Skelett übrig? Ja, da gibt es auch so Szenen. Also ich meine, der Film ist saftig. Jetzt muss ich ehrlich sagen, ich kam aus dem Astor damals raus, hier, weil es schon cool haben, da war er PV. Und mein Bruder und ich haben gegrinst und wir werden bis heute auf MJ angegriffen. Ja, ja, klar, so von wegen, also ich sage es jetzt mal ganz knallhart, den Paten nur fünf Punkte geben, was nicht passiert ist. Aber den Paten, aber Piranha 3D 10. Nein, haben wir nicht, ja, aber als Vergleich, die Leute vergleichen immer Äpfel mit Birnen, die gehen immer über die Genre hinweg oder so über Filme, die nichts miteinander zu tun haben. Und wo ich mir auch sage, du verstehst es nicht, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich kann in einem Film, ich muss nicht ein Ranking haben, ich sage, alles muss sich jetzt an der Pate oder so orientieren, alles kann nur da drunter angeordnet werden, das geht nicht. Dieser Film macht genau das, was er soll. Und im richtigen Moment, mit den richtigen Leuten, mit einer Tüte Schipps in der Hand, ist es perfekt. Und du musst darauf stehen und dann funktioniert es. Ja, und ich kann natürlich Sharknado mit Piranhas 3D vergleichen, aber ich kann nicht den Pate dazu packen. Ich kann den Pate mit Scarface vergleichen, das ist gleiches Genre. Das ist nämlich auch das, wo ich dann oft mit Leuten diskutiere. Ich kann nicht, gerade bei Filmen oder auch Musik, du kannst nicht alles in einen Topf werfen und sagen, das ist gut, das ist schlecht. Ich muss doch die Voraussetzung haben, dass es ungefähr das Gleiche ist. Und deswegen, da bin ich voll bei dir. Und natürlich kann ein Tier-Horror-Bums, wie das auch immer heißt, das Genre, wenn du da fünf Filme vergleichst, kannst du die in ein Ranking packen. Aber da kann ich dann nicht der Leuchtturm dazwischen packen und sagen, die sind aber jetzt nicht so anspruchsvoll, sind sie dann wirklich. Aber weißt du so, das geht halt einfach nicht. Und da muss ich schon irgendwie in der Welt bleiben. Und dann finde ich auch völlig okay, deswegen finde ich zum Beispiel bei Robert Hofmann, ein geschätzter Kollege, dass der zum Beispiel in seinen Filmkritiken auf YouTube, ich verlinke euch dann gleich mal ein Video, damit ihr wisst, was ich meine, sagt, dass einmal genretechnisch er Punkte verteilt und einmal allgemein. Weil das finde ich eigentlich eine sehr gute Idee, zu sagen, im Genre gebe ich so und so viel, weil dann ist es zum Beispiel oft, ich habe letztens erlebt, dass es umgekehrt war, das fand ich sehr faszinierend. Im Genre natürlich eher eine höhere Punktzahl, als dann im Allgemeinen. Letztens war es einmal umgekehrt, das ist auch abgefahren, wenn das geht. Aber er meint halt, das Genre wird nicht so gut bedient, aber insgesamt ist er besser. Und das finde ich eigentlich eine gute Aufteilung, weil das manchmal echt schwierig ist, wie du sagst. Du kommst aus Piranha 3D raus, hast mega Spaß gehabt, hast genau das, was du wolltest, gibst zehn Punkte für und die Leute sagen, wieso? Deswegen finde ich diese Unterteilung. Ich verstehe die Reaktion schon, muss ich dazu sagen. Absolut, aber ich verstehe auch zehn Punkte dafür zu geben. Also, auch wenn man das nicht so nachvollziehen kann, aber ich kann das verstehen, wenn du rauskommst und richtig Spaß hattest, ist egal, was für einen Film du gesehen hast und dann ist es eine Zehn für dich. Und das muss nicht immer der anspruchsvolle Film sein. Deswegen sage ich ja, diese Unterteilung in Genre und in Allgemeinen finde ich eine gute Idee, um genau das bedienen zu können. Dass du sagst, also im Genre eine Zehn von Zehn und so als allgemeiner Film ist es vielleicht nur eine Sechs von Zehn. Weißt du, weil es ist halt ein Horrortiergedöns und das mag nicht jeder und der Film hat jetzt auch nicht den höchsten Anspruch, weißt du so. Deswegen ist so eine Unterteilung, finde ich, gar nicht so doof. So als Dings. Komm, ich würde mal sagen, wir machen jetzt noch einen schönen Abschluss. Ich überlege gerade noch, was ich nehme. Warrasch mich. Ich habe so zwei, witzigerweise mit dem gleichen Buchstaben anfangen. Willst du eher den, in Anführungsstrichen, Psycho-Thriller oder willst du eher den Alien-Highschool-weiß-ich-noch-genau-Film? Oh, The Faculty? Ja! Ja, ich möchte The Faculty. Ich liebe diesen Film. Und auch der ist ja nicht richtig gut. Nee. Aber, nee, der kann was. Ich liebe den jedes Mal. Also erstens auch die ganzen Darsteller, die ja zum Großteil noch sehr jung damals waren. Also Salma Haik hat noch nicht so viel gemacht, also zumindest nicht im amerikanischen Bereich. Josh Hartnett war der Opfer. Josh Hartnett, super jung, also noch nicht viel. In Aja Wood. Der zählt ja nicht, weil der ja schon seit Kindertagen dreht. Der ja eigen, also das ist, finde ich nämlich immer so witzig, dass erst mit Der Hobbit in Anführungsstrichen gesagt wurde, hm. Nee, nee. Ich dachte, ich habe schon zehn Filme mit dem gesehen vorher. Also in Anführungsstrichen. Ja, stimmt schon. Wieder waren es nicht, aber relativ viele, Eisturm und, ach, was, nee, alles, Faculty zum Beispiel. Und ich finde halt, und es ist ja so ein Teen-Horror-Alien, wie auch immer. Ich glaube, der geht so in Richtung Invasion vom Mars. Ja. Der war auch der aus den 80ern und so und der geht in die Richtung und auch Lehrer, die dann... Ja, und das ist halt so, sie packen einiges zusammen, die haben ein, zwei gute neue Ideen drin. Und ich glaube, das ist auch das, was es dann so ein bisschen macht, weil er nicht alle Klischees... Also er macht eher so die Klischees, die er einhält, macht er mit Absicht und mit Augenzwinkern. Und dafür hat er aber ein paar neue Sachen drin. Gute Darsteller, die irgendwie funktionieren. Auch dann so, wer dann so der Bösewicht in Anführungsstrichen ist, habe ich beim ersten Mal definitiv nicht mit gerechnet. Das war eine richtig gute Überraschung, da habe ich mich voll drüber gefreut. Und auch wie die sich entwickeln, wie sie sich zusammenpacken, es macht einfach Spaß. Das ist, wie ich immer liebevoll sage, so ein bisschen Rock'n'Roll. Ja. Das ist so, das hat keinen richtigen Faden, denen es folgt, sondern es ist irgendwie neu, nicht so richtig, aber irgendwie. Aber es funktioniert. Ja. Und den gucke ich immer wieder. Das ist auch so, also den lege ich sogar selber ein, weil ich habe ihn natürlich, aber auch sobald der irgendwo läuft, bleibt mich hängen. Weil ich finde, ja, Rock'n'Roll, der macht halt richtig Spaß. Ja, tut er. Nee, der ist gut, da bin ich bei dir. Ja. Ich habe ihn zwar nicht aufgeschrieben, aber ja, auf jeden Fall. Also der ist so, aber dann machen wir den anderen auch noch schnell, weil ich liebe den und auch der ist nicht richtig gut, aber ich finde, Fear mit Mark Wahlberg und Reese Witherspoon. Und der Vater ist, Encier ist. Oh Gott, nee, kenne ich nicht diese. Der Darsteller, ich, Peterson, keine Ahnung, ich mag den eigentlich auch nicht so gern. Fear ist auch nicht wirklich richtig gut, aber ich mag, besonders Mark Wahlberg in diesem Film, weil man den so sehr hassen kann, weil der so unangenehm ist, weil der das, was er da spielen soll oder das, was er sein soll, unglaublich gut spielt. Reese Witherspoon funktioniert wunderbar, aber es gibt so… Trotzdem ist der Film, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob es daran liegt, dass er halt nicht, also eher Low Budget ist als irgendwie oder es halt alles noch sehr unbekannt war. Irgendwie gibt es so ein paar Sachen, die nicht funktionieren, die ich aber gar nicht richtig erklären kann, weil die Geschichte ist okay und so, aber ich sage ja, ich liebe es Mark Wahlberg dabei zuzugucken, wie der austickt. Mir macht das richtig, alles andere als Angst, ich liebe das, ich finde es, also der ist schon auch beängstigend in seiner Art und Weise, aber ich habe da so einen Spaß dran, den dabei zuzugucken. Voll geil. Ja, nee, auch einmal nur gesehen, aber ich merke tatsächlich, wir haben so ein bisschen so unterschiedliche Ausrichtungen, ich gehe Richtung Komödien eher und vielleicht will ich einfach eine gute Zeit haben, nach einem langen Scheißdach. Ich bin eher so der Action-Typ. Ja, sehr schön. Aber auch der Psychotyp, wobei das bei mir dann eher so wenig Guilty Pleasure sind, sondern die ich dann wirklich und auch viele davon gut sind, aber 4 gehört halt zu denen, die nicht richtig gut sind, aber ich mag halt diesen ganzen Psychokram, deswegen bin ich halt nicht so der Horrorfilm-Fan, weil ich muss es nicht sehen. Ja, hast du schon mal gesagt, ja. Ich habe mehr Spaß dran, das in meinem Kopf passieren zu lassen, aber auf jeden Fall finde ich, 4 ist nicht ein unterschätzter Film, aber ich finde, den darf man nicht so sehr verurteilen, weil der gar nicht so schlecht ist. Aber das ist natürlich in meiner kleinen Welt, aber den, echt, den mag ich richtig gern. Ich sehe den gerne. Ja, nee, aber der hat es bei mir dann nicht auf die Liste geschafft. Und was ich, ganz kurz, weil Mark Wahlberg, ich finde ja, ich finde seine ganze Geschichte sehr spannend, also dass er bei New Kids on the Block ausgestiegen ist, bevor sie ihren ersten Hit hatten, dann Marky Mark and the Funky Bunch gemacht hat. Good Vibration. Ah, habe ich geliebt, habe ich sogar noch auf Vinyl. Oh Gott, ich habe das Video noch auf WHS. Auf WHS, Mann. Auf WHS, genau. Dann angefangen hat er zu Schauspielern und ich finde, der hat bis vor ein paar Jahren eine unglaublich gute Entwicklung im Schauspiel gehabt und ich habe viel von dem wirklich gern gesehen. Aber? Seit ein paar Jahren kann ich den kaum noch ertragen, den zu sehen. Ich finde seine Filme furchtbar. Ich weiß nicht, ob das, okay, das ist jetzt wirklich sehr böse und klischeehaft gedacht. Aber der war ja früher nichts abgeneigt. Party, Alkohol, Drogen, Hass und nicht gesehen. Irgendwann hat er zu Gott gefunden und hat jetzt eine Frau und drei Kinder und ist so ganz brav. Und ich glaube, dass das vielleicht ihm nicht gut hat, was das Schauspielen angeht. Ich glaube, gläubig waren die immer schon sehr. Er schon, ja, aber er hat also zu Gott gefunden, wieder richtig und der ist so extrem, der ist wirklich so ein bisschen… Vorzeige-Ehemann. Ja, und fanatisch, was so das Glauben angeht und brav und guter Mensch. Und da ist ein bisschen was gekippt. Und ich glaube, das ist natürlich eine Verlagerung. Wenn du ein Suchtpotenzial hast, was du ja hast, wenn du feiern gehst und kein Kostverächter bist, ist es ja oft nur eine Verlagerung. Und ich glaube, wenn du da so konsequent bist, dann ist es eine Verlagerung. Ich weiß nicht, ob das natürlich damit zu tun hat, aber ich finde ihn heute oft sehr unangenehm. Ich finde ihn entweder recht schlecht in seinen Filmen, immer das Gleiche. Also zum Beispiel, ich glaube, Die Parted war so der letzte richtige Film, den ich ja immer noch nicht richtig gut finde, aber ihn in dem Film wirklich fantastisch fand und ich ihn mit am besten von allen fand. Und da ja wirklich Namen mitmachen, die sehr viel besser sind als er grundsätzlich. Und ich glaube, danach fing es dann immer mehr an, dass ich… Und heute… Ne. Wenig. Also ganz schlimmen Transformers. Also mal davon… Ich meine, ich liebe den ersten Transformers. Guilty Pleasure, aber so richtig. Spielzeugverfilmung. Ja. Die hat Spaß gemacht. Nein, der erste, ich finde den immer noch den ersten fantastisch. Aber diese neue Reihe, die Transformers sehe ich immer noch gerne. Ich mag das verwandeln, ich könnte die stundenlang zugucken, aber immer, wenn er durchs Bild ging, denke ich mir so, oh, mach weg. Wirklich, mach weg. Und das Schlimme ist, der erste mit ihm, was waren das jetzt? Vier, fünf, ich steige da ja nicht mehr durch. Den habe ich in der PV auch gesehen. Und das ganze Kino war echt genervt von diesem Film. Und dann ist dieser Film relativ lang, so um die zwei Stunden, gefühlt. Weil ich bin ja ein Sitzenbleiber und ich gucke mir den ganzen Abspann an. Und gefühlt war der Abspann in drei Sekunden zu Ende. Das war der schnellste Abspann ever. Und ich mir dachte so, da müssen noch eine Million Menschen dran gearbeitet haben. Allein die ganzen CGI-Leute, die an 500 Rechnern sitzen, um diese Scheiße auf die Leinwand zu kriegen. Und dann war das so schwingend vorbei. Und ich so. Hä? Na ja, gut, okay. Aber deswegen, hm? Nee, also deswegen, nee, 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 nee. Okay, Mark Wahlberg geht leider, ich hoffe, dass der irgendwann mal wieder was, also Shooter, ich habe, ich liebe Shooter. Weil ich den auch von der, auch wenn der oberflächlich streckenweise ist, hat der trotzdem eine gute Kernaussage bei manchen Dingen. Und das mag ich. Und ich mag die Action. Und ich finde, der funktioniert gut. Aber danach? Ich mag ihn eigentlich immer noch. Und egal, ob sowas wie Date Night oder Deepwater Horizon. Also ich, nee, ich konnte sogar, halte ich fest, jetzt wird's fies, ich konnte sogar The Happening gucken. Weil, weil, weil der Film, die Idee dahinter, äh, mit den Pflanzen und so, und ich, dunkel, den fand ich gar nicht, ich fand, ich fand's jetzt, das war kein guter Film, aber die Idee gar nicht so schlecht. Also, zu diesen Sixth Sense, diese ganze Sign und, also diese ganze... Naja, es ist von diesem Shyamalan, der, genau, aber es gehört jetzt nicht zu Sixth Sense, also, ich will, zu der, wenn man so will. Nee, aber der gleiche... Nee, gehört zu dem, genau, zu dem Regisseur. Zu dieser Zeit, wo viele dieser Filme aufkamen mit mystischen, außerirdischen... Science und was, wer alles gedreht hat, genau. Genau, und diese ganze Riege, aber es ist sogar er gewesen. Ja, ja, ich hab den Trailer gesehen und dachte mir so, ja, nein, gar nicht. Aber der, der gilt ja auch, also... Der hat ja... Also, du guckst ihn nicht öfters, deswegen ist es eigentlich kein Kitty Pleasure, aber der wurde ja auch zerrissen, könnte man eher... Ja, kann man, ja. Der wurde nicht mal gesagt, der ist schlecht, sondern der wurde richtig zerrissen. Nee, aber es ist, ja, ich tu mich schwer, den heutzutage auch... Gain and pain. Oh, der ist, nee, da ganz ehrlich, da bin ich, der ist schlimm, auch in der Hinsicht, weil die beiden haben ja echt Dreck am Stecken, wenn ich mich dunkel erinnere. Die haben ja nicht mal einfach so eine kleine Easy-Peasy-Überfall irgendwie, da ist ja was... Du meinst die echte Geschichte? Auch in dem Film, die Person, die sie darstellen, wenn ich mich recht entsinne, da konnte ich keine Sympathien entwickeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ja auch Sinn und Zweck, das haben sie ja auch gut hingekriegt, muss ich sagen, und das Ding ist... Ich hab's nur den beiden nicht abgenommen, das ist es irgendwie, es war mit so einem... Es war nicht, ja, sichtbar genug oder auch durchs Schauspiel, dass ich das hätte diesen beiden, ich glaub The Rock und Mark Wahlberg, hätte abnehmen können, es ging nicht. Nee, es hat für mich auch null funktioniert, weil dafür sind sie... Also Mark Wahlberg kann den Dümmlichen schon eher als Dwayne, aber es funktioniert alles nicht so richtig, das war auch mein Problem. Nee, die Kernaussage, also es beruht ja auf einer wahren Geschichte, aber die Kernaussage, was sie darstellen und was sie damit kritisieren, ist eigentlich nicht schlecht, nur dass es für mich auch null funktioniert hat. Und das war, das fand ich, das war fast eine persönliche Beleidigung. Es war, boah, das fand ich echt anstrengend zu gucken. Ja. Und das ist wieder so ein Film, den Männer ja gar nicht so schlecht finden, weil ja viel Männlichkeit gezeigt wird. Nee, aber es ist so, aber da, ich hab auch eher das Problem, dass schauspielerisch, die mich beiden überhaupt nicht abgeholt haben und ich das ganz, ganz furchtbar fand. Aber ich sag ja, Mark Wahlberg, Mile 22 fand ich schlimm, hat nicht funktioniert. Da ist aber auch zum Beispiel das natürlich, weil da spielt ja Iko, ich weiß seinen Nachnamen nicht, mit, ein thailändischer Kampfsportler, der The Raid 1 und 2 zum Beispiel gemacht hat. Und fantastischer Typ, der hat eine Kampfszene, die wurde so zerschnitten, weil keiner außer ihm es kann. Und das, also da blutet mir die Seele, wenn du, das ist ein bisschen wie Tony Jaa, der sagt dir vielleicht eher was. Er ist so ein bisschen die jüngere Generation, Iko, wenn man so will. Ähm, und wenn du Filme von ihm siehst, in thailändisch zum Beispiel, ähm, also wie The Raid und 1 und 2 sind mit die besten Actionfilme ever. Äh, für wenig Budget und für das, was sie da Möglichkeiten haben, das ist, in The Raid 2 gibt es eine Kampfszene am Ende, die ist, glaube ich, sechs, über sechs Minuten lang, die ist ungeschnitten. Und da hauen sich zwei Leute einfach mal richtig auf die Fresse. Das ist unglaublich zu sehen. Dafür haben die zwei Wochen jeden Tag trainiert, damit die sich nicht verletzen. Und das ist halt auch mal das Problem, wieso das Amerika nicht macht, weil sie das Geld dafür nicht haben oder das Geld dafür nicht ausgeben wollen. Ähm, ähm, weil wenn du sowas machst, muss dafür ohne Ende trainiert werden und es kostet halt Geld. Und wenn du halt große Hollywoodstars hast, musst du die dafür bezahlen. Das musst du natürlich bei einem kleinen thailändischen Film musst du es auch, aber die machen das natürlich, weil das ja auch deren Sportart ist und die das ja so oder so leben. Und der spielt da mit und das ist diese Szene im, ähm, im Krankenhaus, glaube ich, auf dieser Liege. Da kämpft jemand, kann sich vielleicht daran erinnern, ist aber auch nicht wichtig. Die ist so verstümmelt, diese Szene, dass ich mir dachte so, wozu spielt der? Ehrlich, ja. Also der hätte das nicht mal machen müssen. Der hätte sich einfach, also hätte er kurz so gemacht und dann, weißt du so. Und das ist so, und ich finde auch Mark Wahlberg, ich kaufe ihm das nicht ab, das geht nicht. Also für mich funktioniert der nicht mehr. Ich würde mir echt wünschen, dass der mal wieder irgendwas macht, wo ich sage, ja, da sehe ich ihn gerne. Ähm, also, nee, so gar nicht. Ich liebe Matt Damon, ich finde, weil die sehen sich ein bisschen ähnlich vom Typ her. Und Matt Damon kann halt fast alles. Also der ist so. Ja, an den habe ich mich gewöhnt. Also, er ist ein guter Schauspieler, aber ich bin eine der wenigen, die Good Will Hunting zum Beispiel zum Davonlaufen findet. Gott. Nein, liegt auch an Robin Williams, ich komme einfach nicht an diesen Mann ran. Aber auch das kann ich verstehen. Wenn einen sowas nicht abholt, dann ist das schlimm. Und ich, oh, ich finde... Hat nicht funktioniert, ich habe es versucht. Rotz und Wasser, jedes Mal. Ich finde den so schön. Nein, aber bei dem Film finde ich aber einfach auch faszinierend halt, nicht nur, was sie spielen und hm, sondern dass die beiden Jungs das in dem jungen Alter geschrieben haben. Ja, das ist so beeindruckend. Ja, natürlich. Also, jetzt mal grundsätzlich, ne? Genau. Aber, nee, gut. Aber ich finde, Mark Wahlberg hatten wir jetzt genug. Hatten wir genug. Dafür, dass wir eigentlich noch einen schnellen Abschluss machen wollen. Genau. Machen wir jetzt mal endlich einen. Ach so, ich noch. Ja, was machen wir? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke tatsächlich an so einen Film wie, jetzt könnte ich sagen, nehme ich den oder nehme ich den? Egal, sie spielt in beiden mit. Oh, such dir einen aus. Ich tendiere zwischen Verrückt nach Mary oder Super süß und super sexy. Den zweiten habe ich nicht gesehen. Ich liebe Verrückt nach Mary, aber der ist ja auch wirklich gut. Also, das ist immer noch kein wirklicher Guilty Player. Also, gut. Für mich heißt es ja nicht, dass es ein schlechter Film sein muss. Es sind ja Filme, die einfach auf dich irgendwie so ein... Nee, nein, geht. Nee, für mich ist es tatsächlich, was bedeutet dir ein Film teilweise, der vielleicht von anderen überhaupt nicht mehr wahrgenommen wird oder so und ob er alt oder neu oder wie auch immer ist, ist jetzt mal dahingestellt, sondern einfach nur daran hast du eine verdammte Freude, den immer wieder zu gucken und das... Ja, nee, aber Guilty Pleasure ist schon eigentlich eher das, was die meisten scheiße finden und du gut findest. Darum geht es so ein bisschen im Guilty Pleasure. Deswegen sage ich ja sowas wie Twilight, wo du dir denkst so, oh Gott, also erstens finden die Notinis gut und alle anderen finden ihn ganz furchtbar und ich finde ihn aber auch irgendwie gut, obwohl er eigentlich nicht gut ist. Also, weißt du sowas. Das ist tendenziell eigentlich eher ein Guilty Pleasure Film, würde ich jetzt... Nee, ich empfinde das... Also, es ist eine Definition. Für mich ist es tatsächlich auch eher sowas wie, daran habe ich eine unbändige Freude, müssen ja andere nicht haben, aber es muss nicht per se ein schlechter Film sein oder von einem Großteil der Leute als schlecht empfunden werden, sondern einfach nur etwas, woran jetzt keiner vielleicht sofort denken würde, was man trotzdem immer noch sich anschaut, immer mal wieder. Aber verrückt nach Mary finden ja immer noch alle ganz fantastisch und also auch eben so Sendungen, wo Filme zitiert werden, verrückt nach Mary, spätestens die Sperma-Szene ist immer dabei, immer. Ja, und ist nicht mal die Beste, aber egal. Nee, aber da ist alles, der ist einfach... Sein Matt Dillon, ja, mit seinen Szenen und ja, und Wugi, was ist ein Wugi? Und für mich, muss ich sagen, für mich, dieser Film ist schon deswegen ganz großes Kino, weil er eigentlich verdeutlicht, wie das Leben so ist. Wir erinnern uns an die Szene am Ende, wo der, ja wie heißt er, Ben Stiller, sich ihr öffnet nochmal hier und geh doch mit deinem Ex zusammen und ihr passt doch so toll zusammen. Und hier für den gehandicapten Bruder hat er auch noch ein Geschenk, wie auch immer. Und dann geht er weg und heult rotz und Wasser und heult und heult. Und irgendwann steht sie so in der Wohnung mit ihrer Nachbarin, dieser Verdörten, weißt du genau, und allen Leuten und sie rennt ihm hinterher und sie dann so, hey. Und er dreht sich um und sein Gesicht so, oh meine Güte, sie hat mich erhört und sie so, du hast deinen Schlüssel vergessen. Und das ist das wahre Leben. Dieser Film, diese Szene zeigt das, was in ganz vielen Hollywood-Filmen irgendwie zurechtgesponnen wird. Exakt, wo was leider dieses, was leider oft im echten Leben leider nicht, ja, was nicht abgebildet wird. Ich meine, hey, ich liebe diese, wir waren bei Dirty Dancing und wir lieben all diese Filme, wir lieben diesen Romantik-Kitsch und es muss sein. Oder auch, obwohl, nee, es passt jetzt nicht, die Brücken am Fluss, weil sie steigt ja nicht aus. Egal. Nee, das ist kein Guilty Pleasure. Überhaupt nicht. Und das ist einer der besten Liebes- oder Romantik, weil ich bin ja nicht so der Romantik-Mensch, also bis auf ein paar Ausnahmen. Aber ich finde, wenn mich jemand fragt, weil ich das ja nicht so mag, ist ich so, wenn du einen wirklich weit weg von kitschig und Film sehen willst, guck die Brücken am Fluss. Das ist für mich einer der schönsten Liebesfilme, die so frei von allem sind und es wirklich nur um den Moment geht, den sie nicht mal ausleben. Das ist so fantastisch. Ich liebe diesen Film. Mein Gegenbeispiel ist den Schlaflosen Zettel. Da krieg ich Brechreiz. Ja. Und danach noch E-Mail für dich. Der funktioniert ja heute auch nicht mehr, ne? Ich weiß ja schlaflosen Zettel, wie alle abgegangen sind und ich mir dachte so, ja, mir geht was ganz anderes ab, aber nicht der Film. Nee, ist nicht mein. Nee, ist auch nicht mein. Nein, das ist so komisch. Einerseits kann man sowas gucken wie The Notebook oder Dirty Dancing, was auch so. Während du schließt. Ja, ja. Der ist schön. Und dann, aber das geht dann wieder nicht. Nee. Das ist, nee, da ist die Gratwand, die ist sehr dünn oder sehr, ja. Ja, also meine Definition, die ja bei jemand anders ist, es darf halt nicht kitschig sein. Und wenn es kitschig wird, also, oder wenn es für mich irgendwann zu viel und unangenehm wird und schleimig, nenne ich es mal, dann ertrage ich es nicht. Wenn das alles immer so auf einem guten Level bleibt, also ich sage ja, wie während du schließt, ich mag halt auch immer eher so, wenn es aus Freundschaft entsteht zum Beispiel. Oder nebenbei entsteht und nicht, oder in Anführungsstrichen auch, ich liebe hier Love, Drugs and Other Things. Den finde ich fantastisch. Der ist so, aber der ist halt, also obwohl er ja auch ein dramatisches Thema hat, aber der ist so trotzdem oft entspannt. Und dann trotzdem hochdramatisch. Deswegen finde ich, aber wir wollen jetzt nicht noch über Liebesfilme reden. So, Verrückt nach Mary war jetzt so der Letzte. Genau, ja, genau. Der immer noch kein Guilty Pleasure ist. Nein, aber der ist, das ist eine fantastische Komödie und der ist, wie du sagst, also zwar überspitzt, aber sehr nah am Leben dran. Und ich glaube, deswegen hält er sich auch so. Gerade, wie du sagst, mit dem Schlüssel, dass so viel Realismus drin ist. Na gut, der Film funktioniert schon auch aufgrund einfach, ja, sehr kultiger Witze. Ja, aber ich sage ja, vieles davon ist überspitzt, aber sehr menschlich. Also auch dieses, Entschuldigung, Druck ablassen, sich schnell noch einen runterzuholen, ist eine sehr gute Empfehlung bei einem Date. Gerade bei Männern, weil denen sieht man es an, wir Frauen können das ja noch anders verbergen. Aber so grundsätzlich ist das eine gute Idee. Und deswegen das denn zu überspitzen, ist schön. Aber vieles davon ist sehr realistisch. Und ich glaube, deswegen unter anderem hält der Film sich so gut, weil das immer wieder jede Generation nachvollziehen kann. Weil das bleibt bei allen gewisse Dinge immer gleich. Und was ich gut finde auch daran ist noch, dass er nicht so in diese Richtung Fäkalhumor geht, die einige andere Komödien später, ich denke nur an Brautalarm, später gezeigt haben. Das ist einfach too much. Ja, da schüttelst du mich kurz. Ich habe ihn nicht gesehen, aber den brauche ich auch nicht. Den beleg nicht. Und, nee, 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 muss ich sagen. Ja, aber sag mal, gilt die Pleasure hin oder her, ist doch ein schöner Abschluss der Film, oder? Absolut, absolut. Gut, dann, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie wir. Wir hatten. Wie man gemerkt hat, wir hatten Gänsehaut, wir haben uns geschüttelt, wir haben gelacht. Alles, alles war dabei. Alles dabei, was man braucht. Wir wünschen euch einen wundervollen Tag, wann immer ihr es auch hört. Und dann hoffentlich bald wieder wir beide. Ja, ich würde mich freuen. Ja, dann tschüssi. Tschüss.